Ich würde jetzt mal durch das Verlauten lassen meiner zarten Stimme andeuten, dass es jetzt in gewisser Weise doch eher so eine Form von, naja, wie soll man jetzt sagen, ich würde jetzt mal sagen, also quasi ästhetischem Break. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprichtung? Postkarte. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich glaube, dass viele, die in der Zelle, die in der Zelle gut verstehen, wie es in der Zelle ist. Aber, возможно, es gibt Leute, die gerne hören, wie es funktioniert in Englisch. Mein Bild ist in Amerika, und ich möchte Ihnen vorstellen, своего друга, Барри Рубина, der arbeitet als перевodkist mit poät. Er ist profesor русского языka, er wird in der Universität, und er wird, in sehr kurzem, darst du Sinn für das Wichtigste. Es wird heute vieles, und ich will, dass ich Ihnen nicht zufrieden werde, ich werde mit meinen Szenen verabschieden. Aber jetzt, ich will, sofort zu sprechen, zu sprechen, diese Szenen, die gerade schon gesagt hat. Ich bitte Sie. The very first song was We Rotate the Earth, about a Russian soldier in World War II. Describes what happens when his battalion begins to counterattack and drive the enemy westward out of Russia. The soldier sees the battle as a superhuman struggle in which the Russian battalion, changing the direction of the battle, manages to reverse the spin of the earth on its axis. And the sun, instead of setting in the east, now moves backward across the sky. The war on the ground, the man was shot, but there was one who didn't shoot. The judge is my ligh, I've been a long way, I've been a long way, I've been a long way. The young man I've been a long way, 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 and the strange guy, isn't it, I've been a long way, Und der Falle war mit dem Schiff, der sich nicht schüttelt. Der Falle war ein, der nicht schüttelt. Der Schiff nicht schüttelt. Ruhig ist in der Propheze, mit dem Duraßemang blieb. Und der Falle mir ein Prophezei in die Richtung der Erde. Aber ich weiß, dass ich mich in der Medsanbach nicht schüttelte. Und das Schiff nicht schüttelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In Toronto, glaube ich Ähm, naja, was machen wir denn hier heute? Schöne Sendung wieder mal, oder? War ja, war ja oft Pause War ja ein schönes Wesen Aber heute müssen wir wieder richtig ran Drei Wochen nur mit Frauen gesprochen Hat mir eigentlich ganz gut gefallen Aber heute dürfen wieder alle Alle unter Dieser Telefonnummer Nämlich hier unter dieser Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an Drüben an der alten Eiche Hängt ein Telefon Geduldet euch, gleich kommt Hilfe 0331 für Potsdam 7097 110 Und ich hab's ja ein Thema Soll ich das verraten? Richtig ein ordentliches Thema Weil ich nämlich neulich Beim Funny-Konzert war Postbahnhof, Ostbahnhof Und auf Toilette gegangen bin Und da ist mir aufgefallen Wenn man Ein Männerklo betritt Sollte man die Schnürsenkel Zugeschnürt haben Dann sollten die nicht Auf den Boden schleifen Weil es gibt echt Totale Verwicklung Und von daher dachte ich Machen wir doch heute mal Eine schöne Sendung Über Vorsichtsmaßnahmen Also beim Betreten Eines Herrn Pissoirs Schnürsenkel Fest Und hochgebunden haben Das wäre heute mein Thema Vorsichtsmaßnahmen Oder eben Situationen Die besondere Vorsichtsmaßnahmen Erfordern Und weil ich jetzt gesagt habe Funny-Konzert Und da sind Ewigkeiten Ausverkauft war Und ich auch beschimpft wurde Dass ich's nicht Rechtzeitig angesagt habe Ich hab's aber auch Rechtzeitig nicht Mitgekriegt Würde ich euch als Tipp geben Geht in die Oranienstraße 36 In die Galerie Endart Da sind schöne Bilder Von Fanny zu besichten Fanny hat wieder Eine Ausstellung Wie vorher wissen wir Knapp zwei Jahren Oranienstraße 36 Endart Fanny Bilder ankicken Ansonsten kann man Fanny-Fun-Dannen.de Kann man sich die Termine Nochmal irgendwie genau Eben lassen Fanny-Van-Dannen.de Alles mit einem Bindestrich Getrennt Und Fanny wird mit U Geschrieben Und von daher dachte ich Spielen wir heute mal Vielleicht ein bisschen Zum Troste Tendenziell etwas Mehr Ähm Sagen wir mal Fanny Songs Den ehnen oder anderen Unbekannten Zwischendurch auch Also einen Von denen Die auf diesen Inzwischen Acht CDs Die er gemacht hat Noch nicht vertreten sind Und reden über Vorsichtsmaßnahmen Hier der erste Fanny Song Inner Meiner Naja Das ist schwer bei dem Inner meiner Lieblingssongs Weil der doch irgendwie Extrem Charming ist In dem Konzert Hat dann leider nicht Gesungen Der Tombola Musikanten Song Der zu Herzen geht Und dann wird Los telefoniert Hier unter dieser Telefonnummer Ich rufe die Waldtelefonzentrale an Drüben an der alten Eiche Hängt ein Telefon Geduldet euch Gleich kommt Hilfe 0331 für Potsdam 70 97 110 Zum Thema Vorsichtsmaßnahmen Beziehungsweise Situationen Die besondere Vorsichtsmaßnahmen Erforderlich machen Hier Fanny van Dannen Das Fest war vorbei Sie stand noch da Mit einer Freundin Er ging vorbei Er hatte seine Gage kassiert Sie sahen sich an Er dachte gleich Das ist der Wahnsinn Sie sagte zu ihrer Freundin Da ist einem etwas passiert Er lud seine Orgel ein Ihr Mazda stand daneben Er sprach sie an Sie hat ihm ihre Nummer gegeben Er rief sie an Sie trafen sich Sie gingen tanzen Sie tanzten eng zum allerheißesten R'n'B Und in der Nacht Dachte er wieder Das ist der Wahnsinn Er wusste nicht mehr Er wusste nicht mehr Was war wirklich Und was Fantasie Aber beim Frühstück Da sagte sie Es war wirklich schön Aber das war's Es wird nicht weiter Gehen Du kannst dir eine Frau Wie mich Doch gar nicht leisten Du bist nur eine arme Sau So wie die meisten Sie brachte ihn zur Tür Sie reichte ihm die Hand Und sprach adieu Du Tommola Musikan Er dachte nach Wie werd ich reich Was kann ich machen Er ging zu Günther Jauch Und flog bald tausend raus Er sträubte sich dagegen Kriminell zu werden Er rief sie an Er hielt es einfach Nicht mehr raus Sie war sehr kühl Sie sagte nur zwei Sätze Sie hatte Recht Aber es war auch Sehr verletzend Du kannst dir eine Frau Wie mich Doch gar nicht leisten Du bist nur eine arme Sau So wie die meisten Er hielt das Handy Zitternd in der Hand Er war ja nur Ein Tommola Musikan Die Zeit verging Doch sie blieb stehen In seinem Herzen Er raubte keine Bank aus Drehte kein krummes Ding Er dachte an Umschulung Und ließ es schließlich bleiben Denn er hasste alles Was mit Schule zusammenhing Er schrieb ein Lied Das schlug gewaltig ein Es waren ihre Worte Es war ihr Refrain Du kannst dir eine Frau Du kannst dir eine Frau Wie mich Sie trafen sich zufällig Auf einer Party Sie war blond Doch er hat sie sofort erkannt Er ging zu ihr rüber Er hat sie angeschaut Sie sagte Hallo Tom oder Musikan Kannst du dir eine schöne Frau Wie mich jetzt leisten Bist du jetzt nicht mehr so Wie die meisten Er sagte nichts Er nahm sie an die Hand Wir wünschen dir viel Glück Tom oder Musikan Wir wünschen dir viel Glück Tom oder Musikan Fanny van Dan Von welcher war denn denn Von welcher CD Verdammt nochmal war denn denn Wahrscheinlich Grooveman Würde ich jetzt mal tippen So da habt ihr ein bisschen Zeit gehabt Euch was zu überlegen Zum Thema Vorsichtsmaßnahmen Wenn denn hier besonders Vorsichte Oder Unvorsichte Oder wenigstens vorsichtsbewusster Junge Menschen sind Werdet ihr eure Telefonnummer Wartet Ich rufe die Wandtelefonzentrale an Drüben an der alten Eiche Hängt ein Telefon Geduldet euch Gleich kommt Hilfe 0331 für Potsdam 70 97 110 So hallo 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 wer bist du denn da Hallo hier ist der Olli Hallo Olli Ja also es geht heute um Vorsichtsmaßnahmen Geht es um Vorsichtsmaßnahmen Betreten einer Herrentoilette Nein nicht beim Betreten einer Herrentoilette Meine mir ist bloß auf jeden Fall Ein Beinbetreten einer Herrentoilette Unglücklicherweise beim Fanny van Dan Konzert Wo so viele Leute waren Die offensichtlich irgendwie Eher Blasenprobleme haben Dass jetzt schon Jans hier schickt ist Vorsichtig zu gehen Und möglichst die Schnürsenkel Nicht offen zu haben Mithin dass er nicht Auf den Boden schleift Und die eine oder andere Urinfütze mitnimmt Dann kriegt man den ja Den ganzen Abend Immer zu sein Schub Das war meine Überlegung Also insofern Und das habe ich dann Verallgemeinert und mir gedacht Mensch Wenn er nächstes Mal Auf der Herrentoilette ist Achte vorher darauf Dass die Schnürsenkel zu sind Und das Thema ist jetzt Vorsichtsmaßnahmen Vorsichtsmaßnahmen Ja Wieso wolltest Meinst du das jetzt Vorsichtsmaßnahmen Beim Betreten einer Herrentoilette Den ganzen Abend Würden füllen Äh Hast du denn jetzt Noch spezifische Vorsichtsmaßnahmen Fürs Betreten einer Herrentoilette Dir überlegt oder was Na ich sorge immer dafür Dass ich gerade kein Bier In der Hand habe Oder sowas Oder das zumindest Wieso Abgeben kann irgendwo Naja Weil ich stelle das Auf den Herrentoiletten Wo ich manchmal bin Ungerne ab Wie das da immer so aussieht Und so Aber ich meine Man stellt es ja nicht Mit der Mundseite nach unten Oder Das nicht Aber Naja Aber Warte Weil du meinst Die Luft ist quasi Urin geschwängert Sodass man dann So Tröpfchen Infektionsmäßig Genau Oder es kotzt dir einer rein Oder so Naja Aber jetzt Mann Jetzt versuch doch mal Eine Bierflasche zu kotzen Das ist ja so leicht Nur auch nicht Na stimmt Wenn man da schon ein Was weiß Ach Es sind ja Ne Es war kein Scherz Es war eher Eine unrealistische Vorsichtsmaßnahme Würde ich mal sagen Ja Oder der fliegt da So eine scheißausfliege rein Ich meine Wenn es normale sind Das wäre Passiert doch auch nicht Also wenn Dann ist doch Da ist doch Sagen wir mal Die freie Natur Viel gefährlicher Weil da immer Wespen dann da Rindfliegen Mhm Mhm Nenn mal noch Ein Beispiel An der Vorsichtsmaßnahme Ich habe mich jetzt Auf Toiletten vorbereitet Naja Das war eigentlich Schon fast das einzige Zum Beispiel Sich wenn man Mit dem Zugpferd In die Mitte setzen Ist so Wenn Züge Zusammenstoßen Sind ja entweder Immer die Die Wagen vorne Total lädiert Ach Oder die Wagen hinten Wenn ein Zug rindfährt Das ist ähnlich wie bei Dieser Flugzeugtheorie Dass man sich da Hinsetzen soll Wo die Tragflächen sind Ja Wiss ich nicht Naja auf jeden Fall Da wo der Not Aber beim Ja beim Flugzeug Hast ja keine Wahl Da kriegst du dir Immer irgendwie zugeteilt Ansonsten gibt es Natürlich immer Den tollen Platz Beim Notausjagen Bloß wenn ein Flugzeug Wirklich so runterballert Wuff Dann hat er natürlich Auch wenig Sinn Aber Zug in der Mitte sitzen Ist glaube ich Durchaus eine realistische Vorsichtsmaßnahme Ja Achso aber du Aber du bist Du bist jetzt nicht So ein Vorsichtsmaßnahmler Eigentlich nicht Aber ich meine Zum Beispiel Man muss da wahrscheinlich Auch Vorsichtsmaßnahmen Für ein Erste Drain de Vue Treffen Zum Beispiel Da wäre doch zum Beispiel Eine Vorsichtsmaßnahme Kein weißes Hemd Das ist schon mal Oder Weil man sich natürlich Irgendwie Wenn man sich dann Zwischendurch voll Schmaddert Oder noch ein Eis ist Dann sieht man natürlich Irgendwie gleich Komplettlosermäßig aus Ja und wichtig ist So ein kleines Deo Noch mitnehmen vielleicht Für alle Fälle Echt? Na ja Das habe ich auch noch nie gemacht Machst du das? Machst du das? Du nimmst ein Deo mit Zu einem Rendezvous? Na ja Na sag doch mal Ja oder nein Ja Mundspray Ohne noch Mundspray Nee Kondome Na ja klar Na ja klar Ich habe von einem Rendezvous gesprochen Achso na ja Kennst du das T-Shirt I fuck on the one date? Wat? Nee Das heißt Ich ficke am ersten Date schon Darf man das im Radio Überhaupt sagen? Ja darf man irgendwie sagen Aber ich meine Erfolg hast du doch mit so einem T-Shirt nicht oder? Nee das ziehe ich ja noch nicht an Schon alleine weil es weiß ist Aber wann zieht man denn so eine T-Shirts an? Wenn man sich mit Jungs trifft und den Harten raushängen lassen will? Zum Beispiel? Eieiei Und die globen und die anderen? Warum macht man sich das eigentlich auch nicht Also Wofür? Ich habe so ein T-Shirt eigentlich auch nicht Ehrlich gesagt Ich habe es mal gesehen auf dem Foto Na eigentlich oder nicht Hast du es oder hast du es nicht oder hast du es nur eigentlich nicht? Ich habe es nur mal gesehen Also du hast es aber du hast es eigentlich nicht? Ich habe es nicht Bist du dir sicher? Ich habe es mal gesehen Ganz sicher Aber eben hast du gesagt du hättest es Habe ich gesagt ich habe es? Ja Ach so ein Mist Ich habe es aber nicht Mein lieber Scholli Vorsichtsmaßnahmen Naja man muss doch mehr Mensch Jetzt Liebe junge Menschen Jetzt macht euch doch mal Gedanken Ihr Vorsichtsmaßnahmen Das ist doch eine Sendung Die einen hohen Nährwert haben soll Das bei der man wirklich was lernen will Ja Was ist zum Beispiel eine Vorsichtsmaßnahme? Na weiß ich nicht Wenn man heiratet Einen Ehevertrag machen zum Beispiel Dass die Olle danach nicht alle erbt Da macht man sich vorher keine Gedanken Aber gerade Vorsichtsmaßnahmen erfordern natürlich Dass man sich vorher Gedanken macht Ich weiß es ist nicht verbreitet Gedanken machen Selbst Nachdenken Ist total außer der Mode Ja so Aber jetzt geht es um Vordenken im Grunde Ja na ich habe mir ja noch nicht mal Ja noch nicht mal gedacht Ich habe noch nicht mal in Satz jetzt zu Ende gedacht Genau merke ich schon Ist nicht so dass es mir nicht auffallen würde Ich fange die Sätze mal an Aber so weit ging mein Denken gar nicht Eieiei Alter war da irgendwie Da war der Telefonfinger aber wieder schneller Als das Gehirn oder? Naja Ist sowieso total verbreitet In unserer Mediengesellschaft Ich war ja noch bei missgeschickten Ne Quatsch bei Vorsichtsmaßnahmen Auf einer Toilette Vielleicht kann man sich ja auf dem Gebiet einigen Wieso denn ne Ich finde ja total überall Wenn man irgendwie in die Spielbank geht Oder stell doch mal noch einen dazu rein Vielleicht Ne Ich würde nicht Ich könnte mir gut vorstellen Dass ich dich jetzt mal rausstelle Achso Ja was hältst du denn davon? Fände ich so traurig Ist aber trotzdem eine spitze Idee Meinst du nicht? Nee das ist traurig Für wen? Na für mich Naja für dich Naja aber für dich Aber du kannst ja Du musst ja jetzt irgendwie akzeptieren Dass die Sendung jetzt hier nicht nur für dich gemacht wird Niemand will mit mir reden Und wenn sogar schon in einer Talksendung Keiner mehr mit mir reden will Dann kann ich mir echt einen Sprich nehmen Sollt ihr das mal beweisen? Beweis mal Eins, zwei, drei Ja hallo Siehst du? Siehst du? Hä? Hörst du die andere Leitung? Niemand will mit dir reden Äh, äh, äh Hat sofort aufgelegt Weil irgendwie klar wurde Wenn ich jetzt drinnen bin Dann muss ich mit dem reden Bomben Ne, dann lege ich lieber auf Ach bitte Das ruf jemand an und rede mit mir Das ist so traurig Hallo Einen wunderschönen guten Abend Sag mal Du willst ja jetzt aber auch nicht mit dem reden, oder? Wieso denn nicht? Wieso denn? Ne, wieso denn nicht? Naja Ich wollte jetzt hier gerade Beispiele sammeln Das mit dem keiner reden will Mensch Kurtner Ach was willst du denn jetzt mit dem reden? Naja Ja, wat soll man denn sonst machen hier? Ist der Talks? Na ja, ne Vielleicht was ordentliches Naja, wat denn? Naja, vielleicht kann man, äh Kann man so Bierbüchsen mit, mit Holzklammern bekleben Und schöne Bier, äh Bierbembel draus machen Ja, kann man mal Oder gibt das eigentlich nur Tropfkerzen? Gibt's noch Tropfkerzen? Warum gibt's denn keine Tropfkerzen mehr? Dass man schön eine leere Sektflasche nimmt Ne Tropfkerze ruf und zusieht Dass die eben so volltropft Dass die gut aussieht Ja, mit so'n Sachen Irgendwie so was ein bisschen Man kann doch mal runter jeden Hundescheiße einsammeln Oder irgendwas nützliches machen Geht ja nicht nur darum Dass man hier immer miteinander quatscht Quatschen, quatschen Wir müssen, ihr müsst machen Ja, wat soll man denn machen? Naja, wenigstens Quatsch, Quatsch machen Quatsch machen Hundescheiße einsammeln Tropfkerzen herstellen Irgendwie so was Verstehst du? Oder Origami lernen Und schöne, seltsame Papiergebilde falten Wie was? Origami! Mensch, Meier, wat ist denn dit? Na, oder so Makramé mäßig So ne Topfhalter Dass man irgendwie die Ranunkelpflanzen Schön in so'n Ins Fenster hängen kann In so'n selbstgebastelten Brrrr Sag mal Ey, wie alt bist denn du? Ey, von wo bist denn du? Den Namen weiß ich schon Ey, wat hast du heute gemacht? Ey, wat hörst du für Musik? So, wie heißt ihr beide? Ich bin Olli Wer ist der andere? Tom Olli und Tom So, jetzt Zwei Minuten Interessantes Gespräch Bin ich aber gespannt Ja, hey Olli, wie geht's denn? Na, mir geht's prima Ja, ein super Anfang schonmal Hallo, wie geht's dir? Sag mal, wollt ihr so was im Radio hören Wie einer zum anderen sagt Hallo, wie geht's dir? Und der andere sagt Na, das geht mir so Ey Zeig mal dafür Gebühren Wurde dafür das Radio erfunden? Naja, also ich wollte jetzt Was machst du beruflich, Tom? Ich bin Radomoderator Wie du an? Kutner Ach, mit mir will wieder keiner reden Trotzdem, ich spannende Sachen zu sagen hätte Ja, genau Habst du nämlich nicht Rüche Natürlich Kutner Natürlich, Makamee Origami Origami kannst du ja So was zum Beispiel Genau Zeig mal im Radio Naja, nee, überhaupt Origami, doch, ich weiß was Origami Ach, auf einmal, auf einmal Ja, ja, ja Das ist die jetzige Papierfaltkunst Ach, wenn, dann Japanisch, Baby Oh, Entschuldigung Oh, Entschuldigung Ja, ich weiß es Na, ja, Japan, China Das ist ja sowieso kein so großer Unterschied Naja Mann, 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 Mann Na, ja, los, ihr wolltet doch noch ein interessantes Gespräch führen Ja, komm jetzt dazu Wie durch jeden, wisst ihr Ich bin Schüler Du bist Schüler Oh, Spitze Da wirst du sowieso Der Typ hat überhaupt ja nichts zu erzählen Kutner, lass mich doch mal ein paar Grundinformationen zusammenfragen Naja, aber Schüler, Schüler Das will doch keiner wissen Naja, ich brauch doch eine Grundlage Auf der ich diskutieren kann Ich muss das, was ich vor mir habe Nein, man muss gleich sofort drin gehen Und sagen, Mann, ey, Einstein, ja Hast du das kapiert mit der Quantenmechanik? Wie Quantenmechanik? Wie Quantenmechanik? Wie Quantenmechanik? Oder die Kontinentalsperre Drift! Drift? Drift, Kontinentaldrift Ach, Kontinentaldrift? Mann, Kontinentalsperre war halt ganz andere Das kommt eher aus dem Historischen Ach so, naja Ach so Sag mal, wenn ihr den Unterschied zwischen Erdkunde und Geschichte nicht drauf habt Wie wollt ihr dann ein interessantes Gespräch führen? Wenn der Unterschied zwischen Japaner und Chinesen nicht Wenn der euch nicht helle ist Da kann doch eine Strauß kommen Ich hab's ja ahnt Mach mal Pause jetzt Ich hab's ja ahnt Die haben schon alle aufgelegt hier Alle, die jetzt sonst Irgendwann die Leitung noch alle voll Jetzt hören die die und denken Oh, jetzt dödeln die da rum Ey, dann leg lieber auf Dann schau ich Naja, aber Mann Seid froh, dass ihr nicht zum Reden kommt Ihr würdet euch so bloßstellen Ne, du hast nur Angst Dass die Quoten jetzt in die Höhe stehen Ich doch nicht Ja Oh, oh, oh Du hast Angst, dass wir dir die Show stehlen Ja, oh, ja, oh Ja Dann schält mir doch mal die Show Dann schält mir doch mal die Stau Ja, jetzt Hier Mensch, Tom Was ist denn deine Lebensphilosophie? Leben und Leben lassen, Mann Oh, wer schmeißt denn da mit Leben? Der sollte sich was schämen Der kann ja da nichts anbaut nehmen Als ausgerechnet Leben Leben und Leben lassen Seid ihr Bauarbeiter oder was? Äh, ja Also so, siehste Also mein Vater war einer Und ich gewinne auch einer Naja, ich kenne ihn, der ihn gesehen hat Der schon mal auf dem Bau gearbeitet hat Ja, genau Es ist ja nun was anderes Es ist ja nun nicht was So, Kinder Naja, ich meine Ihr wart wieder mal ein schönes Abschreckendes Beispiel Ich danke euch für euren Anruf Mal wieder gerne Ja, super Okay Oh, jetzt verspricht er heute wieder In Spitzen-Sendung zu werden Tschüss Ja, heute dürfen die Männer wieder Ja, ja, ja Und siehste, was kommt raus? Naja, eine interessante Diskussion Scheiße Scheiße Wir haben jetzt über die Grundsätze Einer Diskussion diskutiert Scheiße, kommt raus Scheiße Tschüss Hört schön zu, lernt das Ja, ja, klar Ich Tatsan, du Jane Ich nackig, du schön Ja, das würdet ihr jetzt gerne hören Ja, das würdet ihr jetzt gerne hören War ist aber der falsche Titel Der soll jetzt hier nicht gespielt werden Tut mir leid Wenn ich morgens, wenn ich morgens zu meiner Bäckerin gehe und sage Spät, wie wär's jetzt gleich mit Und wenn ich mit einem Schicksal Und wenn ich mit einem Schicksal hadere, wüte, weine Während ich hier so viel entfesselte Die Energie war nie dem nächstbesten Mailserver Aber sowas von besorgt Aber sowas von besorgt Ich weiß, ich weiß Das alles klingt nicht sehr gesund Aber was soll ich machen Mein Tag läuft halt irgendwie unrund Wenn ich am Abend völlig ausgelaugt finde Dass mein ganzer Lebensentwurf nichts taugt Dass meine Anmache veraltet ist Meine Leidenschaft erkaltet ist Meine Stirn schlecht gefaltet ist Und ich mich deshalb ganz altmodisch In den Kühlschrank sperre Und da drin gegen die Wände lauf Dann hört der Tag nicht gut auf Dann kann die Nacht eigentlich gleich ganz ausfallen Es sei denn, es schneien noch ein paar gute Freunde bei mir rein Und ich höre uns gemeinsam ein altes Liedchen lallen Und das geht so Das Glück Und doch gibt es das Glück Nicht geschenkt So, soll ich jetzt irgendwie sagen, wer das war? Da fragen die dann immer Wer ist das, wer war das mit W-W-W-Dings? Föhn heißen die Wieder Föhn F-Ö-N Gerald Ja Wie steht es denn jetzt bei Chelsea gegen Bayern? Ähm, 2 zu 2 Das hilft dem Bayern aber nichts Woher willst du das wissen? Na, weil die mit zwei Toren Vorsprung gewinnen müssen Woher weißt du das? Habe ich in der FAZ im Wirtschaftszahl gelesen Ja, da steht sowas Gott sei Dank noch drin heutzutage Da steht sowas noch drin, oder? Ja Naja, gut Dann wollen wir mal Du bist Hm? Du bist bereit Du hast die Stimme geölt Hm, naja Und hast dich intellektuell mit den Sachen, die du jetzt gleich vorlesen musst, auseinandergesetzt? Machen wir, machen wir ja die wenigsten Nachrichtensprecher Dass man das Gefühl hat, dass das irgendwie authentisch rüberkommt Dass sie wissen, wovon sie reden Inwiefern intellektuell Was ist das? Worum handelt es sich dabei? Ich habe jetzt dann gerade wieder deinen Freund Sloterdijk gesehen Ehrlich, ist der immer noch so groß? Ich sehe nicht, der sitzt ja immer Achso Der sitzt ja beim Autohaus in Wolfsburg Und führt philosophische Gespräche Ja, der ist aber riesengroß Ich habe dem ja schon einmal gegenüber gestanden Echt? Ja, ja Direkt gegenüber? Ja, letztes Jahr, als der in der Volksbühne war, da im Sommer mal Oder war es schon vorletztes? Und, was hast du da? Hast du da was gesagt? Ne, ich wollte sagen, dass er mein Leben entscheidend negativ beeinflusst hat Aber Hat er ich negativ beeinflusst? Na ja, wenn man sich da ernsthaft mit einem Auseinander setzen will Dann lagert aber das Gewicht der Welt auf dir Das kann ich hier wohl sagen Ja, aber das ist doch bei jeder anständigen Philosophie so Dass es die Gewicht der Welt auf einem lagert Ja Und bei irgendwie sensibleren Menschen ist das sowieso auch ohne philosophische Ausbildung der Fall Ja, das kommt ja noch dazu Aber du hast jetzt praktisch mit dem Doppelgewicht zu tun, meinst du? Ja, ich bin im Grunde schon unter der Erde Mit dem Sensibilitätsgewicht und dann auch mit dem Philosophierwicht Ja, das ist zu viel Das habe ich mir echt zu viel zugemutet Und da muss ich doch manchmal denken dazwischen Ja, ja, naja, da warten wir noch ein Weilchen Dann fahren sie sich hier oben mit dem Papamobil drin, oder? Ja, da horre ich doch Wenigstens die Ehre sollte mir erwiesen werden Bist du eigentlich katholisch? Könntest du Papst werden? Ne, ich bin aus der Kirche ausgetreten Ich war aber grundsätzlich mal evangelisch Achso Ist man das immer noch, wenn man aus der Kirche ausgetreten ist? Ich habe keine Ahnung Ich kenne mich da nicht aus Ich auch nicht Ja Immer noch 2-2, da passiert nichts mehr Und zwar, so die letzten Fragen interessieren die dich irgendwie? Welche Fragen denn? Na, die letzten Fragen, die letzten Fragen Ich weiß aber nicht, was die letzten Fragen sind Aber jetzt sind offensichtlich die ganz Tiefsignien Die letzten Fragen, was die letzten Fragen? Was der Sinn des Lebens ist, warum wir hier sind, ob wir alleine sind Ob wir die interessieren Ob es eine gütig leitende Hand gibt und so Sachen Was war die letzte Frage bei dir? Die letzte Frage war, ob dich die letzten Fragen interessieren Ne, die letzte Frage, was mit der Hand? Ob es eine leitende, gütige Hand gibt Ach, das ist doch keine letzte Frage, das ist doch irgendwie Na okay, so aus dem Ärmel geschüttelt, nicht schlecht, aber ist ja auch Quatsch Gretchenfragen, beschäftigst du dich mit Gretchenfragen? Gretchenfragen, ich habe Es sind ja zwei eigentlich, die nach dem Heiraten Aber eigentlich sind es immer die, wie hältst du es mit der Religion, Heinrich? Also Gretchenfrage, kannst du mir, habe ich natürlich schon tausendmal gehört Moment, Moment, Moment 3-2 3-2, meine Güte Für die Bayern? Ja, natürlich, oder? Was ist denn jetzt? Erstes Saisontor, Scholl noch 3-2, jetzt pass auf, jetzt ist noch 3 Sekunden Hochspannung in diesem Spiel Das ist ja kaum zu glauben Wollen wir so lange da warten? Ich weiß nicht Wieso nicht? Können wir das irgendwie legitimieren? Warte mal, pfeifst du noch an? Pfeifst du sofort ab? Pfeifst du an? Wieso nicht? Was macht er denn jetzt? 3-2 in der fünften Minute der Nachspielzeit Er pfeift tatsächlich nochmal an Eieieieiei Wo ist Olli Kahn? Warum ist der noch im Tor? Und sofort abgefiffen Und das ist Schluss, wa? Olle Mager zieht voll Fresse Sack und Asche Die sieht aber auch lustig aus in seinem roten Anorak Ja, ja, das ist so ein kleines Rumpelstiel Also im Fußball kannst du erwachsen sein wie Sau, aber immer noch irgendwie Afir-Anoraks, wa? Das ist der große Vorteil, den dieser Beruf hat, ja Ach, dass die nicht immer frische und dass die nicht mal frische T-Shirts austauschen können, war immer die Verschwitzten Ah, nee, nee Wer sollen die waschen? Heben die auf? Ob die die sammeln? Die, wer sammelt jetzt was? Naja, die ausgetauschten T-Shirts, die von den anderen Ich weiß es nicht Ich hab ja zu Hause bei mir im Schrank schon den Überblick über meine T-Shirts verloren Ja Ich finde immer, die, die ganz hin will, finde ich nicht Trotzdem, ich immer nur eigentlich nur ein Fabio habe Also jetzt nicht so ein Bedruckte, wo drauf steht irgendwie Gerald Kötter, Heinrich ist cool oder so, dass ich das suchen würde Das macht mich immer so fertig, so von diesen letzten Fragen, sind wir bei verschlitzten T-Shirt-Fragen Ja, das hängt gerade miteinander zusammen Ja, das stimmt allerdings auch wieder Gibt es ja die Güte, führende Leitner an, oder nicht? Bei so einem Fußballspiel zum Beispiel Warum bekreuzigen die sich immer? Warum beten die? Warum haben die Talismane? Ja, warum machen die Wuh? Das kann ich dir sagen, warum die sich bekreuzigen Naja, aber ich meine, man kann doch, wenn man jetzt von einem Gott aussieht, der irgendwie halbwegs den Grips beisammen hat Dann wird er sich dann im Fußballspiel nicht einmischen Ja Also dann hilft doch Beten nicht Nicht? Naja, dann ist ja Beten komplett blöde Ja Und mit Bede Seiten Beten ist doch Vollstulle Ja, 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 ja Beiläufig habe ich kürzlich wieder irgendwie nur so einen schnellen Nietz Solche Sätze, da fahre ich immer auch total drauf ab So ein kurzes Nietzsche-Statement, was da hieß Gut und Böse sind die Vorurteile Gottes Sowas finde ich irgendwie, das kommt bei mir irgendwie an Ja, gut Aber ich bin jetzt nicht so fies, dass ich mal um eine Erklärung bitten würde Ne, sollst du auch nicht Ne, bin ich auch nicht Aber ich könnte so fies sein Achso, könntest du ja Und ja, ich sehe schon, wie der Angstschweiz hier auf deiner Stirn sich sammelt Ne, wieso, da denke ich dann auch nicht unbedingt groß weiter bei mir Ja, das ist schön, das war, oder? Ich habe einfach das Gefühl, da ist, das ist ein sehr Konzentrat, was mir da begegnet Das spitze Philosophie ohne Nachdenken ist sowieso das Allerbeste Ja, aber das wusste ich noch nicht Du sollst das auf Makramee um, sagt Herrn Gerald Ja, wie hieß denn das andere, was ich schon hinter mir habe? Origami waren wir eben vorhin schon Origami, ja, das tue ich auch immer auf meine Pizza Tsunami ist wieder was ganz anderes Ja, Tsunami ist ein bisschen deutlicher zu sehen Ja, ja, ist ziemlich deutlich, macht man auch nicht alleine Ne Ja, okay, wollen wir mal? Ja, mach mal, das Spiel ist ja auch zu Ende Hast du Interesse am Wetter, an den Wettermeldungen? Äh Dann würde ich sie dir gerne vorlesen Doch, gerne Gut, ich habe noch gar nicht nach draußen geguckt Ach, das ist schön, wenn man das Gefühl hat, dass er mir immer zuhört Ja Fritz Scheiße, was ist denn das hier? Ja, schlecht für dich Machen wir gerade fertig Ich muss, glaube ich, den Computer, der Marga spricht schon Ich bin aber sofort wieder da Liest das Wetter bin ich wieder da Meinst du? Ja, ja Bist du ernst sicher? Ja Gerald Kötterheim, der muss jetzt den Computer, weiß ich auch nicht Das schafft er doch ja nicht Wenn Fritz in der Priegnitz geht, dann 103,1 103,1 Fritz in der Priegnitz 4 Schulkinder befreien Am Mittag hat ein Iraner die Mädchen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren in seine Gewalt gebracht Der Bund darf die Hochschulen bei der Umstellung auf die neuen europaweiten Bachelor- und Masterstudiengänge unterstützen Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag des hessischen Ministerpräsidenten Koch abgelehnt Der CDU-Politiker wollte die Förderung durch den Bund verhindern Für ihn ist das Ländersache In Berlin sollen Gefangene in Zukunft offenbar in Containern unterkommen, um überfüllte Haftanstalten zu entlasten Das sieht nach Informationen der Berliner Morgenpost der Plan von Justizsenatorin Schubert vor Demnach sollen vom Herbst an in der JVA Charlottenburg etwa 60 Gefangene in den eigens dafür gebauten Stahlzellen untergebracht werden Zum Sport in der Fußball-Champions League hat Bayern München im Viertelfinal-Rückspiel gegen Chelsea London offensichtlich 3 zu 2 verloren Und ist damit trotzdem ausgeschieden, weil das Hinspiel ja 4 zu 2 für Chelsea ausgegangen ist Und Turbine Potsdam ist in der Frauenfußball-Bundesliga wieder auf Platz 2 geklettert Die Brandenburgerinnen gewannen das Nachholspiel beim FC Bayern München mit 3 zu 1 Bayern München heute nur verkackt Der Verkehr auf Fritz, keine aktuellen Meldungen, gute Fahrt Spannender als 3 Männer und noch ein Baby Frivoler als ferkelsgroßes Abenteuer Und lustiger als Titanic Fritz präsentiert Bosch vs. Gott Bosch vs. Gott 10.000 Brandenburger Zuschauer können nicht irren Dieses Programm muss wirklich beschissen sein Wie beschissen, das erfahren die Berliner ab dem... Ähm... Wo sind denn die Termine? Morgen, Donnerstag und Freitag Ab 19.30 im Kesselhaus der Kulturbrauerei Berlin Bosch vs. Gott Mehr Infos fritz.de Und im Radio Eismusik Fritz! T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich bis nichts mehr kam geliebt? Ich sitze hier und warte, warte, ich kann es nicht fassen, ich werd noch verrückt Ich hab gedacht, das ist die große Liebe Ich hab gedacht, ich hätt mal Glück T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich bis nichts mehr kam geliebt Es war heute genau vor einer Woche nach Mitternacht im Samba-Soul Er hatte mich versehentlich angerämpelt und mir sofort einen neuen Drink geholt Wir haben uns sofort verstanden, ich meine auch rein körperlich Wir lachten und wir küssten uns Wir tanzten enger, ging es nicht T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich bis nichts mehr kam geliebt Er hat mir seinen Namen aufgeschrieben Seine Nummer und ein Herz mit Pfeil Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen Doch es meldete sich eine Metzgerei Ich nahm das Telefonbuch, rief die Auskunft an Ich dachte, ach, den find ich schon Doch es gibt keinen Ball, der Timo heißt Es gibt auch keinen Ball mit Ypsilon T-Mobile, du hast mich reingelegt Aber es war trotzdem schön T-Mobile, ich liebe dich Ich will dich nie mehr wiedersehen T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Wir rufen, warum hast du mir keine SMS geschickt? So, wir reden heute hier über Vorsichtsmaßnahmen Situationen, die besondere Vorsichtsmaßnahmen bedürfen Und überhaupt so Vorsichtsmaßnahmen, die ihr im Alltag oder am Sonntag oder Feiertags trefft Von denen ihr denkt, dass möglicherweise andere um die Notwendigkeit dieser Vorsichtsmaßnahmen nicht wissen Aber wissen sollten und wenn ihr denkt, andere sollten davon wissen Dann solltet ihr wiederum diese Telefonnummer wählen Wartet, ich rufe die Wein-Telefonzentrale an Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon Geduldet euch, gleich kommt Hilfe 0331 für Potsdam 70 97 110 So, war übrigens eben natürlich, war klar, war Fanny van Danen mit T-Mobile Einen Song, den er hier in der Sendung gesungen hat Und der sonst, glaube ich, auch noch nicht so zu hören war Wie gesagt, jeder zweite Song heute von Fanny Also einfach, dass irgendwann ein paar andere immer noch zu Worte kommen Zum Beispiel eben wie Wladimir Wisotsky Der nächste Song, den er neulich gesungen hat Aber den es sonst, glaube ich, auch noch nicht gibt Wäre jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nuttenauto Aber der kommt dann irgendwie als übernächste Musik So, wir telefonieren jetzt hier ein bisschen rum Hallo, wer bist denn du? Du bist schon der Azubi hier, ne? Ja Wer hat den Kastenpils einbetoniert? Wer hat den Kastenpils einbetoniert? Ah, Mann, Kinder, selber lustig sein ist die Kunst Nicht irgendwas lustiges abspielen Hallo Hi, guten Abend Sag mal, warum rufen denn heute wieder nur Kerle an? Ja, das ist so bitter Da mache ich drei Wochen lang extra Frauensendungen Und dann rufe ich aber wieder nur Männer an Ja, das ist doch klar Ich will mich jetzt bei dir nicht beschweren Aber trotzdem Würde ich die eine oder andere Frau dann doch am Mutchen hier ruhig mal anzurufen Hi, guten Abend Guten Abend, wer bist denn du? Axel Axel Genau Das ist doch schön Ach, das waren doch schöne Sendungen, oder? Wo nur Frauen zu Wort gekommen sind Ach, waren die toll Ach, haben die mir gefallen Aber du hast ja leider die Adressen nie verraten Ja Ja, mir hat die ja auch keiner verraten Ja, leider Das ist doch auch was Was mit Vorsichtmaßnahmen zu machen Sag mal, ich habe hier so einen Stift quasi Das sieht aus wie ein Stift Da ist vorne nur ein Gummipuschel Mhm So ein Gummiding Wer weiß, womit du schreibst? Ja, wie ist das? Nee, damit kann man nicht schreiben Ich überlege, wozu der überhaupt da ist Naja, ist jetzt auch real Axel, wie alt bist du denn? Äh, 40 40? Mhm Boah, da darfst du doch Der braucht dich ja nicht mehr anrufen Das fällt auf mich zurück Genau Da denken die doch Mann, ey, der Typ selber ist ein alter Sack Rufen nur alte an Wir sind aber im Jugendradio hier Stimmt, das hast du doch vorher abgesprochen, oder? Was habe ich abgesprochen? Naja, das mit dem Anruf Nein Nein Natürlich nicht Hör mal Nee, aber ich habe Ja, Axel Was machst du denn beruflich? Äh Bist du so Euro-One-Jobber? Nee Euro-Fighter? Äh, auch nicht Euro-Fighter um Jotter Das hier wird sein Nein, das nicht Sondern? Nein, das hatten wir schon mal Na und? Interessiert mich doch trotzdem Was ist denn berufliche Wechsel in der Zwischenzeit? Okay, ich mache das, was du studieren wolltest Was wollte er? Physik? Genau Ach, genau Ja, richtig Der Physiker Ach, nur weil ich vorhin Quantenmechanik gesagt habe Dachtest, du musst dir jetzt mal anrufen Nee, das nicht Das nicht, eher weil du was von Sicherheitsideen hast Vorsichtsmaßnahmen, nicht Sicherheitsideen Vorsichtsmaßnahmen Ich habe ein paar total Bescheuerte Für die man mir schon rehmäßig ein Vogel zeigt Achso, die du aber immer Die ich aber relativ rehmäßig beherzige Ah ja, welche? Beispielsweise, wenn ich in den Flieger einsteige Ja Ich weiß sehr sicher, wo der kürzeste Weg zum nächsten Nottersgang ist Wie viel sitzt rein, nach vorne oder nach hinten Achso Und lässt du, versuchst du dich immer direkt beim Notausland einchecken zu lassen? Warum nicht? Das ist mir relativ egal Weil das ist im Flieger wirklich derart, was man gleich verteilt Wo es dich trifft, dass du bloß Glück haben kannst Wieso meinst du? Nee Doch, bin mir relativ gut Nein, aber wenn die so jetzt so Notlanden Und es fängt an zu brennen Dann gehen die doch alle drauf Wegen dem blöden Quallen Genau, deshalb musst du nämlich wissen Wie weit du nach vorne oder nach hinten rutschst Du hast keine Chance, den Notausgang zu sehen Wenn du aber weißt Aber wenn du direkt in dem Notausgang sitzt Wenn du aber weißt, es sind so und so viel Sitzreihen Dann kannst du zur Not auf den Boden kriechen Weil der Qualm wird sich unter der Decke sammeln Das geht relativ schnell Und du hast innerhalb weniger Minuten Bloß noch ungefähr 30 cm Weil es ist besser, direkt in dem Notausgang zu sitzen Dass man ihn selber aufmacht praktisch Ja, das ist natürlich günstig Aber ich habe im Allgemeinen nicht so lange Beine Um mich an so einen Long-Leg-Place zu setzen Das lohnt sich irgendwie nicht so richtig Und das funktioniert, was weiß ich Wenn du mit irgendeinem Billigflieger fliegt Die keine Sitzplätze mehr vermachen Da kann man sich natürlich relativ schnell Dann diesen Platz sichern Weil meistens steht nämlich Die Saftschubser Nein, Entschuldigung, das klingt ein bisschen unter Also das Kabinenpersonal in dieser Reihe Um die Leute an ihren Platz zu leiten Weil da ist einfach mehr Platz zwischen beiden Sitzreihen Und wenn man sie dann fragt Ob man sich da reinsetzen darf Sind sie meist sehr freundlich Und da sitzt man wirklich am Notausgang Aha, also beim Flugzeug reinzählen Reinzählen ist nicht schlecht Also zumindest die Reihe bis zum nächsten Notausgang Ja, das ist klar Entweder nach vorne oder zur Tragfläche oder nach hinten Das ergibt sich dann je nachdem Wo man im Flieger sitzt Aber es ist so schlecht nicht Also wie gesagt Wenn du am Boden bist Gucken dann Um eine Spur einer Vorstellung zu haben A. In welche Richtung muss ich jetzt Und B. Wie weit muss ich Denn darauf, dass das am Fußboden funktioniert Mit der Beleuchtung Würde ich mich bei einem Crash nicht mehr verlassen Ja, aber du hast ja noch mehr Noch was Wenn ich in irgendein Hotel oder so ziehe Merke ich mir relativ schnell den Weg Zum nächsten Notausgang Ach echt? Das ist so katastrophenängstlich? Ne, das nicht Aber ich weiß, wie das bei so einem Feuer aussieht Äh, und ich weiß Dass man nicht die Spur einer Chance hat Sich zu orientieren Vor allen Dingen Wenn es nachts in einem Haus passiert Was man noch nie gesehen hat Naja, guck mal einer an Das nächste ist Du bist aber echt Überall Notausgänge suchst du, oder? Nicht nur Ich liege regelmäßig mit den alten Damen Bei mir im Haus Im Klinsch Die Haustür nicht zuzuschließen Wir haben nur einen Ausgang in dem Haus Ähm Ich möchte dann nicht unbedingt versuchen Die Tür unten aus Achso, du möchtest Das ja quasi auch als Notausgang funktioniert Ja, das ist der einzige Sag mal, aber du bist ja aber echt so Notausgangsfixiert Das ist doch nicht ab Haus nicht abschließen Ja, natürlich nicht Äh, die Tür klingt ja von alleine zu Also wer rein Wer dann reinkommt Der kommt sowieso rein Ja Äh, aber die Sicherheit ist wesentlich höher Wenn ich dann von Ihnen die Tür aufbekomme Äh, ohne Schlüsse zu suchen Ah ja Oder die Scheibe einzuschlagen Oder Ähnliches Krieg mal inne an Und jetzt sagen wir mal Wenn du jetzt noch einen vierten Vorsichtsmaßnahmen hast Dann bezieht sie sich auf irgendeinen Notausgang Nehm ich mal an Nö, nicht unbedingt Sondern, was wäre denn jetzt die vierte? Äh, so die Idee Dass man vielleicht seine Telefonnummer Nicht überall hin immer übermitteln sollte Wem, wo, wie? Äh, wenn man telefoniert Also man kann es eigentlich nicht vermeiden Dass die Telefonnummer übermittelt wird Also zumindest Achso, du meinst jetzt bei so einem ISDN-Telefon Oder beim Handy Ja, zumindest bis zu seinem Telekommunikationsanbieter Kann man es nicht vermeiden Weil der Kollege will ja schließlich dir die Rechnung stellen Wer denn oder Mutter schon wissen, wer derjenige ist, der anruft Aber man muss sie ja nicht unbedingt weiter verbreiten Achso, warum? Naja Hast du da schon mal ohnehin über Erfahrungen gemacht? Äh, ich wundere mich regelmäßig über nette Anrufe Irgendwelcher Leute Die bei mir zu Hause anrufen Und mir entweder eine Versicherung verkaufen wollen Oder noch schlimmer In letzter Zeit relativ frech Irgendwelche, ähm Telekommunikationsanbieter Die mir erklären wollen Dass mein Internetzugang ungeeignet sei Und dass ich mich doch bitte auf ihren Versteifen würde Dann scheinst du aber doch deine Telefonnummer recht unkontrolliert rausheben zu haben, oder? Ja, ich habe es anfänglich nicht beachtet, vermutlich Aha Ja Mittlerweile sollte man das also Doch etwas Sollte man gewisse Vorsicht einziehen lassen Telefonnummer nicht rausheben Kiek mal eine an Ja Ja, Axel Ja, du siehst, ich leide unter so einem Paranoia Ja, merk ich schon Na, dann würde ich mal sagen Danke dir für deinen Anruf Ja, okay Ja? Mach's gut Okay, tschüss Tschüss So, hallo, wen haben wir denn da? Hallo Ja, klingt auch extrem männlich Insofern uninteressant Hallo Nö Klingt jetzt auch Und wir klingen auch nicht so berauschend, oder? Hallo Hey Hallo Hey Naja, klingt jetzt auch nicht überzeugend Klingt auch nicht überzeugend Hallo Ja, Herr Kuttner Hallo, wer bist denn du? Hier ist der Illuminator Wer? Illuminator Der Illuminator? Ja Warum nennst du dich Illuminator? Das ist cool Wieso ist das cool? Was bedeutet denn das? Das bedeutet, ähm Es ist einfach so Willst du, was das bedeutet? Nein Beleuchter bedeutet das letztendlich Beleuchter Beleuchter Illuminator Ja, Beleuchter Illuminieren Erhellen Beleuchten Der Beleuchter Sag mal, möchtest du Beleuchter hernannt werden? Ja Dann bitte, dann nenne ich dich Beleuchter Okay Hallo, Beleuchter Hallo, Beleuchter Das klingt aber extrem cool Ich bin kein Beleuchter Ja, schön Ich bin ich Aber du bist ja der Beleuchter Okay Hallo, Beleuchter Hallo, Kuttner Hallo, Kuttner Hallo, Beleuchter So, was ist denn jetzt? Hast du denn so eine Probe? Hast du denn so Kennst du so Situationen, wo du denkst Da muss man Vorsichtsmaßnahmen treffen? Ähm, ja, beim Telefonieren Wie beim Telefonieren? Machst du ja jetzt gerade Welche Vorsichtsmaßnahmen hast du da getroffen? Äh, gar keine Aber du musst aufpassen Wegen den Strahlen Ja, dass du mit keinem Festnetztelefon telefonierst Ach, ist doch Quatsch Das ist kein Quatsch Nee, mit dem Handy soll man noch nicht telefonieren Weil die senden doch Aber mit Festnetztelefon noch nicht Aber du hast doch gerade gesagt Beim Festnetztelefon soll man aufpassen Ja, das war ein Fehler Ah Ja, aber der macht auch nichts Das macht was Nein Doch Ach, naja, das sagen die immer Macht alles, alles macht was Die Erde strahlt ja hoch Du darfst nicht neben der Steckdose schlafen Du darfst nicht über einer Wasserleitung schlafen Weißt du, was für Kabel in deinen Wänden verlofen? Wo da pulsierender Starkstrom Jetzt gewissermaßen direkt auf deine Gene Auf deine Dings da einwirkt Ja, das kann sein, aber Na ja, darüber Dauer muss man sich ja Gedanken machen Aber Handys sind besonders gefährlich Nee Doch Nee Ist so Kennst du eh einen Handy-Toten? Ähm Man, die telefonieren seit 10 Jahren Telefonieren Milliarden Menschen mit Handy Ist hier schon mal einer irgendwie, der ein Blut und Ohr davon hatte? Ja Werder? Einer ist mal top geworden, hab ich mal im Fernsehen gesehen Ja, im Fernsehen, im Fernsehen, der erzählt ja sonst wie Scheiße Im Fernsehen hab ich auch Hochhäuser brennen sehen und Pferde vor der Apotheke kotzen Das ist mir aber live, hab ich irgendwie sowas noch nie gesehen Kenn ich keinen Ein 5-jähriges Kind hatte mal einen Gehirntumor Hast du im Fernsehen gesehen? Hab ich in der Zeitung gelesen Ja, natürlich, gibt es 5-jährige Kinder, die Hirntumore haben Na und? Ja, vom Handy Das war cool Woher willst du wissen, dass es vom Handy war? Weil es genau auf der Seite war, wo das Kind... Ja, es gibt ja nur zwei Seiten Ja, genau Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit 50%, oder? Auf der Seite hat es wahrscheinlich aber auch geschlafen Vielleicht sollte man nicht auf dem Ohr schlafen Weil Tumor macht Kann sein Denn genau auf der Seite, auf der es geschlafen hat, hat es den Tumor ja Ist doch irgendwie Blödsinn Also das heißt doch nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt Ähm, okay, aber in der Zeitung Es gibt da einen Zusammenhang Ja, aber die Frage ist, welcher Zusammenhang? Setz dich doch mal von... Setz dich mal vor zwei Häusern Normales Haus, normalen Lidl, wo Leute rin und raus gehen Und frag, wer von denen Krebs haben Und dann denkst du, naja, so durchschnittlich Und jetzt hast du eine andere Adresse und da gehen Leute rin Und da haben 90% der Leute, die rauskommen, haben Krebs Wo du denkst, da darf man nicht rin gehen, oder? Ja Würdest du da rin gehen, wo Leute rin gehen Und wenn sie rauskommen, haben 90% von ihnen Krebs? Ja, würde ich nicht machen Würdest du nicht machen? Würdest du doch machen, wenn es ein Krebsarzt ist? Ein Krebsspezialist? Naja, die Frage ist immer, ob es einen Zusammenhang gibt oder nicht Ja, stimmt Also, hm Schwierig Wenn du Krebs hast, siehst du nicht zum Lidl, sondern siehst zum Arzt Aber statistisch bist du natürlich dann bei denen 90% haben, 90% haben Krebs, die da rin und rausgegangen sind Ja, naja, genau das ist es aber Na ja, genau das würdest du gerade erzählen Mein lieber Scholli Und du telefonierst jetzt abwechselnd, dass du auf beiden Seiten einen Tumor kriegst, oder was? Nee, eigentlich nicht Ich will das auch egal Aber ich will meine Mitmenschen warnen Nee, warne nicht die Mitmenschen für Sachen, die du selber nicht befolgst Und von denen du letztendlich dann auch nicht so genau gehst Wo machst denn du, wo ergreifst denn du wirklich Vorsichtsmaßnahmen? Ähm, ja, wo dann noch? Beim Fahrrad fahren, setze ich mal einen Helm auf Echt? Ja Ja, ist wahrscheinlich richtig, aber es sieht doch total scheiße aus, oder? Ja, ich weiß, aber es ist einfach sicherer Ja, ja, sicherer ist es Sicherer ist es Ja Nicht rauchen ist auch sicher Nicht über die Straße gehen ist auch total sicher Ja, okay, aber wenn Oder ich meine, man kann ja immer überfahren werden, wenn man über die Straße geht Aber wie kommt man rüber, ohne zu gehen? Tragen lassen ist auch keine Alternative Sind doch schon Tragende überfahren worden Ja Ja Oh, das Leben ist so hart, oder? Das Leben ist hart, ja Ja Das ist was bei mir Tja Mensch, lieber Beleuchter Lieber, ja Lieber Kumpel Dann wollte ich mal sagen, danke dir für deinen Anruf Ja, bitte Okay, tschüss Ciao So Kinder, jetzt macht euch doch mal Gedanken Jetzt mal richtig irgendwie relevante Vorsichtsmaßnahmen Nicht so Ja, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe Dann greife ich gern zu Gips Warte Ich rufe die Waldtelefonzentrale an Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon Geduldet euch Gleich kommt Hilfe 0331 für Potsdam 70 97 110 Roy Chicky Arad Singt hier von Amerika 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 Ich bin ein Super-Hero, ich bin ein Prima-Dunner. Ich habe mir ein Koffer, ich bin ein Koffer, ich bin ein Koffer. Wir sind beide, die Busser sind nicht verbreitend. Amerika, 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 Amerika. Amerika, Amerika, Amerika. Amerika, 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 Amerika. So Kinder, wir reden jetzt über Vorsichtsmaßnahmen, aber ich bitte mal richtig und nicht irgendwie so welcher. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja und vielleicht kann jetzt die eine oder andere Frau wieder mal anrufen, das wäre irgendwie auch irgendwie ganz charming. Hallo, wir bist'n du. Hallo? Hallo? Ah, hallo? Hallo? Ja? Ja. Hallo? Hallo, wie bist'n du? Mein Name ist Manuel. Manuel? Hallo, Manuel. Aus Berlin ruf' ich an. Spitze! Das ist ja großartig! Das ist ja super! Ja, Mann, sogar aus Wilmersdorf. Nein, unglaublich! Ich fass' es nicht! Richtig cool. Boah, du kommst ja dir hart geil rüber. Einfach, dass du praktisch Berliner bist. Und dann auf Wilmersdorf. Ja, klar. Boah, dit wirkt. Dit haut drin! 1a! Mann! So, wir reden jetzt über Vorsichtsmaßnahmen. Jene der allerersten will ja nicht nach Wilmersdorf zu ziehen, würde ich mal sagen. Aber gut. Wieso? Ja, bin ja... Nur so! Also, was mich so an Vorsichtsmaßnahmen ist ein bisschen Stress, wenn bei diesen ganzen Diplomaten, wenn irgendwie dann gleich irgendwie so ganze Straßen abgesperrt werden oder so. Ja, aber darum geht's doch überhaupt ja nicht. Ich will wissen, welche Vorsichtsmaßnahmen du so triffst. Also, welche ich so triff? Ja, welche man so trifft! In welchen Situationen insbesondere man Vorsichtsmaßnahmen trifft. Zum Beispiel, wenn man sich verlobt. Sind da Vorsichtsmaßnahmen vonnöten? Familie im Geburtstag. Sind da Vorsichtsmaßnahmen vonnöten? Und wenn welche? Verstehst du? Soweit? Ja, schon. Sommerschlussverkauf. Sind da Vorsichtsmaßnahmen vonnöten? Ja, das stimmt doch. Ja, da sind welche. Aber du weißt es im Moment nicht, oder? Nee, nicht so richtig. Okay, dann danke dir für deinen Anruf. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Nein, 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 nein. Ja, ja, genau. Hallo? Hallo? Hallo, wer bist du denn? Ich bin Stefanie. Hey, ich bin durchgekommen. Stefanie, ja! Ach, man muss ja bloß anrufen. Man kommt ja dann schon irgendwie durch. Ich mach mir mein Radio leise. Stefanie! Hi, also ich hab ein paar Vorsichtsmaßnahmen, die sind lustig. Und zwar im Labor. Wie alt bist du denn eigentlich? Wie? Wie alt bist du denn? Ich bin 20. 20? Und was machst du in einem Labor? Mäuse untersuchen? Nee, nee, ich bin Metallograph. Was bist du? Ich mach Metallographie als Ausbildung. Was ist Metallographie? Man untersucht Metalle auf die Gefüge. Man denkt doch immer mit... Auf worauf? Auf die Gefüge. Man denkt doch immer, wenn du Metall hast... Auf Gefühle? Gefüge. Gefüge. Ach so. Ja, wenn du eine Eisenstange hast, denkst du, das ist eine homogene Masse. Das ist ein Ding, aber das ist gar nicht. Das besteht aus ganz vielen einzelnen Kristallen. Ja. Und an den Kristallen können wir erkennen, was damit gemacht wurde und so. Und dazu müssen wir das dann im Labor untersuchen. Aber wozu will man wissen, was mit einer Eisenstange gemacht wurde? Naja, zum Beispiel... Ein gutes Beispiel. Die Ferrest Tonja ist da runtergegangen, wa? Ja. Und die haben halt überlegt, war das ein terroristischer Anschlag oder nicht? Ah ja. Und dann haben sie das den Metallographen gegeben, nachdem die ganzen Leute das nicht rausgekriegen haben. Und was sagt der Metallograph? Gesagte Barking-terroristischer Anschlag. Aha. Weil sonst hätte man im Gefüge Striche erkennen müssen. Ah ja. Zwillinge. Hat man aber nicht erkannt. Und die haben einfach nur einen Fehler bei der Säuberung gemacht. Die haben da Stahlkugeln drauf geschossen, damit die ganzen Algen da abgehen vom Bug. Und dabei haben sie eine schöne Fallverfestigung durchgeführt, sodass es dann irgendwann kaputt gegangen ist. Ach so. Warum haben die da Stahlkugeln abgefeuert drauf? Einfach nur, um das sauber zu machen. Ach so. Ja, die haben das irgendwie falsch, also die haben das ein bisschen falsch behandelt. Falsch sauber gemacht. Unvorsichtig sauber gemacht praktisch. Genau. Noch eine Vorsichtsmaßnahme. Hätten sie vor allem andere Formen von Vorsichtsmaßnahmen treffen sollen. Genau. Ach, und da hast du jetzt spezielle metallographische Labor-Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, ja, eben Schutzkleidung tragen, wenn man mit bestimmten Säuren ätzt. Wobei die sind ja dann nicht so von so allgemeinem Interesse, weil es gibt ja relativ unter den Hörern wahrscheinlich recht wenige Metallografen. Ne, aber es gibt noch ein Haufen, bestimmt noch ein Haufen andere Leute so. Ne, gibt es aber, sagen wir mal, ja, aber gibt es so, sagen wir mal, außerhalb des unmittelbar beruflichen. Ich will ja hier keine Feuerschutzbelehrungen oder Brandschutzbelehrungen machen. Ja, wenn man über die Straße geht, nach rechts und nach links gucken. Aber erst nach links und dann nach rechts. Ja. Ah, insofern hast du nicht ganz so viel Post im Kinderärten. Und dann noch irgendwie, ja, ich bin auch durch die Fahrrad gefahren. Aber so im normalen, privaten Leben, sagen wir mal Familiengeburtstag, gibt es da eine Vorsichtsmaßnahme, die du ergreifen musst? Gibt es so, äh, machst du, äh, gibt es so was noch bei euch so Familiengeburtstage? Eigentlich ja, aber das läuft immer nach dem gleichen Schema. Oder Weihnachten, gibt es da Vorsichtsmaßnahmen? Weihnachten. Ja. Oder Silvester, gibt es da Vorsichtsmaßnahmen? Oder Samstagabend weggehen, gibt es da Vorsichtsmaßnahmen? Was gibt es da? Wir haben, wir waren zu Silvester in so einem Club am Alex. Ja. Und da haben wir, ja, da standen wir in einer Schlange, wir waren draußen so. Nee, umgekehrt, bist du vorher, hast du vorher gewusst, jetzt musst du eine Vorsichtsmaßnahme ergreifen? Nee, erst danach wusste ich, hätte ich mich mal nicht in die Schlange gestellt. Ja, also insofern eher Nachsichtsmaßnahmen, wenn du jetzt reden würdest. Ja, genau. Türsteher wollte nämlich auch Raketen werfen und er hat die Rakete angezündet. Ja. Und hat sie geworfen und genau gegen den Posten und genau in unsere Menge rein. Ach so. Türsteher hat uns mit Raketen, äh, mit Böllern beworfen, Bölladeo oder so. Ja, aber das ist aber gängig hier zu Silvester, oder? Ich meine, das ist nicht schön, aber das ist ja relativ üblich, oder? Naja, wenn die Menge aus fünf Leuten besteht. Dass man sich so lebende Ziele sucht. Naja, fünf Leute ist ja nicht so viele. Die kommen ja noch auseinander. Stell dir mal vor, ihr werdet 80 gewesen. Na, die standen ja dann unten an der Treppe weiter. Das war so ein schmaler Aufgang. Ah ja. Und irgendwie konnten wir ja nicht weg, weil wir voll hoch standen so. Unten war irgendwie voll weit Boden entfernt und... Voll weit Boden entfernt? Ja, es war hoch. Boah. Andere Leute sagen, es war hoch. Naja, aber voll weit Boden entfernt klingt irgendwie besser. Finde ich schon ganz schick. Muss ich mir merken. Okay. So, naja. Und was wäre denn da jetzt eine Vorsichtsmaßnahme gewesen? Naja, erst hingegen, nachdem die Türsteher ihr ganzen Belab war... Das wissen wir doch nicht, wann die verdienen. Das geht doch irgendwie bis zum 10. Januar. Echt? So lange darf man die Dinger werfen? Naja, nee, dürfen nicht. Aber darf man die in die Menge werfen? Oh nicht. Also, nach dürfen darf man ja sowieso nicht fragen. Ich glaube, der Türsteher hat auch schon ordentlich einen Tee oder so. Keine Ahnung. Ja, ja, das kommt ja oft dazu. Das war sowieso so ein komisch-haßiger Klub. Ach so, ansonsten bist du jetzt aber auch so Vorsichtsmaßnahmen-Spezialistin nicht. Nö, eigentlich nicht. Zum Beispiel, ich finde ja immer auch, wenn man betrunken ins Bette fällt, schon gleich eine Aspirin nehmen, denn dann spart man sich die am nächsten Morgen. Auch eine praktische Vorsichtsmaßnahme, was der Lebenserfahrung spricht. Eine gute Vorsichtsmaßnahme fällt mir da ein, wenn man Alkohol getrunken hat und man merkt, dass man so langsam selber reden hat, dann sollte man einen Liter Wasser trinken oder so. Dann hat man... Das schafft man doch nicht, einen Liter Wasser, ey. Naja, Kater oder einen Liter Wasser trinken. Ich habe nie einen Kater, wenn ich vorher einen Liter Wasser getrunken habe. Ja, du bist doch nie betrunken. Ja, nicht richtig so. Naja, siehst du, aber wenn man jetzt den Ehrgeiz hat, richtig betrunken zu sein, dann hilft einem die Liter Wasser nichts weiter. Ja, das hatte ich ja noch nicht. Aber vielleicht hilft dir ein Rollmobz. Ach so. Weh. Der hilft dann hinterher bloß jemandem Mineralhaushalt ausgleichen. Ach so. Aber ansonsten hilft der ja ja nicht. Ich weiß sowieso nicht, warum man Rollmobz ist und dieses Katerfrischstück, diese komischen Energiedrinks und so. Naja, genau wegen Mineralien und Salze und sowas. Ach so. Weil die so rausgespült werden durch den übermäßigen Alkoholiennuss. Aha. Aha. Geht an, wieder was gelernt. Können wir gleich morgen im Labor Rollmobz testen. Genau. Genau. Schneiden, einsetzen und dann das Mikroskop legen. Ach so, ja, sag mal, macht man auch Quatsch, wenn man schon so ein metallografisches Labor hat, dass man mal so andere Sachen so rumcheckt? Naja, wir, also mit den Maschinen machen wir nicht großartigen Mist, weil die Maschinen sind super teuer. Ja, aber wir haben, also, wir durften mal, wir haben mal, es war lustig zum Thema Vorsicht zum Maßnahmen. Wir hatten erst ein Praktikum, Chemie, das war irgendwie letztes Jahr und da haben wir eine Feuerschutzübung gemacht und unser Chemielehrer, der hat überall im Raum Ethanol, also Alkohol versprüht, so und hat es dann angezündet, die ganzen Abzüge und Sachen haben alle gebrannt und der hat dann Stühle in den Weg gestellt und so und dann mussten wir Feuerlöscher nehmen über die Stühle, über die Bänke klettern und das Feuer löschen. Aha. Und dann hat der an uns gezeigt, so, dass man jetzt nicht lange draufhalten darf, sondern immer so kurz, wenn man jemand anderes löscht und dann durften wir uns alle mal damit gegenseitig ansprühen mit dem Feuerlöscher. Ach so. Das war witzig. Aber war keine Vorsichtsmaßnahme, sondern war bloß reiner Quatsch. Das war eine Übung für eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir, wenn es dann später brennt, dass wir keine Helmung haben, den Feuerlöscher zu benutzen und es hat noch tierischen Spaß gemacht. Na gut. So, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Ja? Tschüssi. Okay, tschüss. So, dann spielen wir wieder einen schönen Song von Fanny. Wie vorhin angekündigt, dass inzwischen bei den Konzerten singt das auch immer wieder, dann doch relativ legendäre Nuttenauto. Ich stand an der Straße, da fuhr mein Auto vorbei. Es konnte selber Auto fahren, das war mein Haus. Ich folgte ihm im Taxi, auf dem Straßenstrich hielt es an, es bot sich Fremden zu einer Spritztur an. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, ich glaub es kaum. Ich habe ein Nuttenauto, kneif mich mal, ist das ein Traum. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, es ist Wirklichkeit. Und ich habe nichts davon gewusst, die ganze Zeit. Ich fragte es, na sag mal, was machst du für Sachen? Es sagt, ich sterbe vor Langeweile, was soll ich machen? Du brauchst mich ja nur zum Getränke holen, das fühlt mich einfach nicht aus. Ich will was erleben, verstehst du, ich will raus. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, ich glaub es kaum. Ich habe ein Nuttenauto, kneif mich mal, ist das ein Traum. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, es ist Wirklichkeit. Und ich hab nichts davon gewusst, die ganze Zeit. Jetzt wird mir vieles klar, der Schmutz, der hohe Spritverbrauch. Die vollen Aschenbecher, obwohl ich gar nicht rauch. Und die Kondome auf dem Boden, jetzt klärt sich alles auf. Wenn es so weitermacht, wird es sofort verkauft. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, ich glaub es kaum. Und das liegt daran, dass sie so schlaue Autos bauen. Denn wer weiß, wo's lang geht und auch noch sprechen kann, der fängt irgendwann ein eigenes Leben an. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, ich glaub es kaum. Ich habe ein Nuttenauto, kneif mich mal, ist das ein Traum. Ich habe ein Nuttenauto, Nuttenauto, es ist Wirklichkeit. Und ich hab nichts davon gewusst, die ganze Zeit. Fanny van Dany. Vielen Dank. Mit seinem Nuttenauto. Oh, ihr Sprichter! Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprichter, Postkutze. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, mach gerne, wir versuchen mal hier ein paar Vorsichtsmaßnahmen zusammenzutragen. Aber jetzt, Kinder, wir machen hier keine Brandschutzbelehrung. Jetzt sag nicht irgendwie, Messer nicht ablecken. Oder irgend so ein Quatsch. Sondern Adriel. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. 70 97 110. Genau. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja? Ja, hallo. Hey. Ja, hallo. Na, Kuttner? Ja. Hm? Wo hast du angerufen? Hm, von Potsdam. Nee, ja, wo? Ja, hab dich angerufen. Ach, kick an. Und jetzt wunderst du dich, dass ich dran bin. Ja, ziemlich toll. Ja, spitze, oder? Ich hab einen guten Tipp für dich. Ich brauch aber ja keine guten Tipps. Nee. Nee. Ich wollte ja nur so über Vorsichtsmaßnahmen reden. Naja, nicht alles unterschreiben. Zum Beispiel Verpflichtungserklärung für die Stasi. Ach so. Hm. Hab ich ja nicht. Hast du? Nee. Hast du? Na, ich dachte, du bist wie, ähm... Ja, kick mal an, du denkst, du denkst. Nachdenken sollst du, nicht denken. Hilft nichts. Nee. Nee. Musst du richtig Gedanken machen. Richtig, ja. Hast du wieder mal offensichtlich nicht gemacht. Mann, 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 Mann. Dachte der feine Herr, da weiß er wieder was, da weiß ich ja wieder was. Da rufe ich mal im Radio an. Mein lieber Scholli, entweder hast du Ahnung und Durchblick oder nicht. Sieht aber im Moment eher so aus. Nee, hast du eher nicht, glaube ich. Doch. Na, doch. Na, du mach mal Vorsichtsmaßnahmen. Vorsichtsmaßnahmen. Nicht ins Telefonbuch eintragen lassen. Warum? Weil Telefon, Gesellschaften, alles verkaufen. Information. Und man kriegt Mörder, Werbekost. Ach, wieso Werbekost? Werbepost? Werbepost. Dann musst du ja die Adresse nicht reinschreiben. Nein, richtig. Was? Was? Na, wenn da keine Adresse drinne steht, dann können sie die Adresse verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wo sollen sie die hinschicken? Hast du recht. Genau, Mann. Aber genau das sag ich, Mann. Gedank machen, nachdenken. Aber... Und nicht irgendwas nachplappern. Und nicht irgendwas... Naja, im Telefonbuch steht normalerweise die Adresse. Man kann sich aber auch eintragen lassen ohne Adresse. Dann steht da der Name und dann steht die Telefonnummer da. Und? Ja, ich merke schon... Merkst du was? Na, siehst du. Und schon... Wobei, schon wieder eine... Nee. Ohne Adresse ist jetzt schwer. Na, schick mir doch mal Werbepost. Na, die verkaufen ja deine Adresse. Nee. Die werden dann verkaufen deine Telefonnummer. Oder scannen die Telefonbücher. Nee, die Adresse ja mit, ne ich. Naja, die Adresse haben sie doch. Du kriegst ja deine Telefonrechnung, oder? Naja, na klar kriegst du die. Naja, siehst du, dann haben sie doch deine Adresse. Dann haben sie doch deine Adresse, auch ohne, dass es im Telefonbuch steht. Und wenn sie die verkaufen, dann haben sie doch deine Adresse verkauft. Dann hilft dir, dass du nicht im Telefonbuch stehst, nicht. Schön. Sag mal, aber Gedanken machen ist deine Spezialität echt nicht, oder? Na, ich finde doch. Ich finde, das war riesen clever. Ja, aber bisher... Irgendwie hast du drei Vorschläge gemacht, die stimmten alle nicht. Nee? Nee. Das Leben ist hart, wa? Mein lieber Scholli. Was ist der Unterschied zwischen der Telefonbuch-Eintragung und zwischen keiner Telefonbuch-Eintragung? Deine Adresse hat doch die Telefongesellschaft. Aber die verkaufen das wirklich. Nee, aber deine Adresse haben die doch. Naja. Stehst du im Telefonbuch drinne? Warte mal, stehst du im Telefonbuch drinne? Nee. Aber die verkaufen das... Ja, aber die haben doch deine Adresse, wenn sie die verkaufen... Aber die haben doch deine Adresse, die schicken dir doch jeden Monat eine Rechnung, oder? Ja. Die landet doch im Briefkasten. Das ist richtig. Die haben deine Adresse. Aber die... Halt, wenn sie die verkaufen wollen, wenn sie die verkaufen... Also wenn sie die verkaufen, dann verkaufen sie deine Adresse. Dann hat das doch mit dem Telefonbuch überhaupt ja nichts zu tun. Na doch, dass du dich im Telefonbuch eben halt eingetragen lassen hast. Wieso? Wieso ist das denn da... Wenn du dich im Telefonbuch eintragen lässt, dann gibst du deine Bereitschaft, dass die Adresse verkauft werden kann, oder was? Ja, genau. Nee, stimmt da nicht. Nee. Na klar. Nein, gibst du überhaupt nicht die Bereitschaft. Nee. Die verkaufen das doch, wenn... 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 Dann nehmen die sich das, weil du im Telefonbuch mit deiner Adresse stehst. Aber wenn die Telefon... Entschuldige, wenn die Telefon... Jetzt hör doch mal. Wenn die Telefongesellschaft, wenn die Telefongesellschaft... Jetzt hör doch mal zu, wenn die Telefongesellschaft, die deine Adresse ja hat, wenn sie die verkaufen will, dann kann sie die doch verkaufen. Ob du im Telefonbuch stehst oder nicht, die kannst du doch auch verkaufen, wenn du nicht im Telefonbuch stehst. Na, woher soll sie denn deine Adresse haben? Naja, die schicken dir jeden Monat eine Rechnung, die haben deine Adresse. Wenn du ein Telefon anmeldest, dann sagst du deinen Namen und deine Adresse. Na, die dürfen die nicht verkaufen. Ob du im Telefonbuch stehst oder nicht. Nein, das stimmt nicht. Das funktioniert andersrum. Andere Leute, da kaufen sich Leute die Telefonbücher. Die können sich dann die Adresse nehmen. Nee, das stimmt nicht. Die haben doch deine Adresse. Wenn sie deine Adresse verkaufen wollen, dann können sie die doch verkaufen. Woher soll denn die andere Scheißfirma, die deine Adresse haben? Naja, wenn deine Telefongesellschaft, die deine Adresse hat, deine Adresse verkauft, dann hat sie die von deiner Telefongesellschaft. Naja, merkst du was? Ja, merkst du was? Du merkst immer noch nichts, oder? Nee, das scheinbar nicht. Sie verkaufen deine Scheißadresse. Ja, das können sie doch machen. Wenn sie deine Adresse haben, wenn es wirklich so läuft, dann haben die doch deine Adresse, ob du im Telefonbuch stehst oder nicht. Welche anderen Firmen sollen denn deine Adresse haben, wenn sie nicht im Telefonbuch sind? Nein, naja, deine Telefongesellschaft, du hast doch gerade gesagt, deine Telefon... Entschuldigung, warte mal, wie funktioniert... Warte mal, halt, 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 halt. Wie funktioniert das? Du sagst, deine Telefongesellschaft, bei der du bist, verkauft deine Adresse. Ja. Das ist deine Angst. Nein. Jetzt musst du doch zugeben, deine... Wenn du dich bereit erklärst, im Telefonbuch zu stehen... Nein, da hebst du keine Bereitschaft ab, dass die Adresse verkauft... Nein, stimmt nicht, ist doch Quatsch. Nein, stimmt nicht. In dem Moment, wo du so einen scheiß Telefonvertrag abschließt, sagst du, du wirst im Telefonbuch stehen oder du wirst nicht im Telefonbuch stehen. Ja, aber du sagst nicht, dass du damit deine Adresse verkaufen willst. Ja doch. Nein, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht, nein, stimmt nicht. Hundertprozentig. Sag mal, du kapierst im Prinzip nicht. Das macht mich echt total fuchsig. Nö, du... Jetzt erklär mir mal, wer verkauft deine Adresse? Die scheiß Telefongesellschaft. Warum verkauft sie die? Weil du dich bereit erklärt hast, der prinzipiell im Telefonbuch drinnen zu stehen. Stimmt nicht. Doch. Nein. Warum denn nicht? Weil es andersrum funktioniert. Wenn du im Telefonbuch drinnen stehst, dann kann ich mir ein Telefonbuch kaufen und habe ein dicke Buch mit 100.000 Adressen. Von denen, die drinnen stehen. Das heißt aber nicht, dass sie... Warte, jetzt hat mir die Telefongesellschaft ein Telefonbuch verkauft, aber nicht die Adressen. Dann bestell einen Katalog. In demselben Moment, wo du ein Katalog bestellst, hast du... Das kommt auf die Firmen drauf an. Das stimmt nicht. Da gibt manche, die fragen dich, ob du das willst oder ob du das nicht willst. Da gibt es andere, bei denen gehört das zu den Geschäftsvereinbarungen sowas nicht zu machen. Und da gibt es andere, die machen es eben einfach. Das muss man irgendwie ein bisschen auseinanderhalten können. Ich glaube nicht, dass die Telekom Adressen verkauft. Glaube ich wirklich nicht. Ich verspreche dir, dass du sie verkaufst. Nein, globe ich nicht. Der beweiset mir, der zeiget mir. Ja, wie gesagt, zeig ich mir. Ich schwöre dir. Na ja, schwören. Ja, du kannst mir sonst was schreiben. Kannst mir schwören, dass es im Himmeljahrmarkt ist. Warum sollten wir globen? Ja, aber globe ich nicht. Nee, globe ich nicht. Naja, ist aber so. Nee, ist nicht so. Oh. Nee. Du kriegst irgendwie die Reihenfolge nicht auf die Reihe. Oh Gott, ich werde verrückt. Ich würde mal sagen, ich spiele mit Musik, oder? Naja, ich spiele mit Musik, oder? Ja, okay. Aber globe ich mir trotzdem. Mein lieber Scholli, das waren ja wieder Vorschläge. Halleluja. Cindy und Bert. Wenigstens was? Diese Paranoid-Cover. Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor von Forest Hill. Grün gespenstig, grinst ein Ehrlich, es ist nach dem, was wer will. Wer verbreitet Angst und Schrecken, wer vernichtet, was er will. Jeder sucht sich zu verstecken vor dem Hund, man was gerade will. Wenn er anfällt, dieser Hund von Baskerville. Oh yeah. Hat verloren in dem Kampf um Baskerville. Oh yeah. Und es traut sich keine Seele in das Dunkle vor hinein. Jeder zittert um sein Leben, wer wird wohl der Nächste sein? Und es ist die Mission beendet, wie sein Ehrenherr ihn gab. Lauflos wie er einst gekommen, schreit er sich ins Moor hinab. Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor von Forest Hill. Unverwirft des Rätsels frage um den Hund von Baskerville. So, Cindy und Bert, Inaet hier schnell noch. Oder halbautomatische Anrufbeantworter, den kann man übrigens außerdem natürlich wie immer auch anrufen und da seins so hinterlassen. Wenn halbautomatische Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Hallo, hallo. Ach, guck mal Ena an. Hallo, wer ist denn da? Also sag mal, hallo? 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 Spinnt die Telefonanlage? Hallo? Hallo? Tag, Kuttner. Tag, Mensch. Die Anlage spinnt wohl doch nicht, ne? Ja, sieht so aus. Hier ist Emma. Emma? Ja, lange nicht mehr gesprochen. Genau. Genau, was sind Urlaubs sozusagen? Nur so halb. Ne, nicht so richtig. Ne, ne, eigentlich gar nicht. Ne, nicht in der Karibik? Ne, ne, ach, ach, Quatsch. Ne. Auf dem Balkon gesessen. Ach. Ja. Im Frenzelwerk auf dem Balkon. Naja, genau, so sieht das aus. Sehr süß. Äh, ja, ich hab da ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Naja, denn. Aber das sind ganz ordentliche. Ganz ordentliche? Naja, das sind ganz ordentliche. Vielleicht, ja, das klingt jetzt ein bisschen spießermäßig. Naja, macht doch nichts, ein bisschen spießam. Zum Haarzt gehen. Echt? Oh Gott, ja. Naja, die muss ich akzeptieren. Ja, das sind Vorsichtsmaßnahmen. Ja, damit es ja nicht so blöd ist. Ja, würde ich akzeptieren. Ja, und ab und zu mal so ein Arztcheck. Und vor allen Dingen eine andere Vorsichtsmaßnahme, die nun ja nicht spießermäßig ist, aber wo viele noch denken, wie wäre, wenn man jetzt so rumvögelt, ne? Doch bitte mit Kondom. Ja. Für die 16-Jährigen nicht unsichtig, oder? Zahnarzt und Kondom. Genau. Sag mal, du bist aber auch so gesundheitsorientiert offensichtlich eher. Ja, doch schon, aber naja, und ist ja auch, denn für Frauen möchten sie schwanger werden, oder möchten junge Mädchen wirklich so früh Babys haben, ne? Also, das ist schon mal, wo man doch mal überlegen sollte, was sich lohnt, als Vorsichtsmaßnahmen. Wobei, andererseits, den Babys wäre jetzt mal nichts zu sagen, erst mal, auf den ersten Blick, oder? Nee, aber junge Mädchen und Babys. Wenn man mal so von der demografischen Katastrophe auszieht. Ja, aber ich habe ja nur gehört, dass so viele junge Mädchen Kinder bekommen, und das wird nicht so naturgemäß so gut sein. Ja, wobei, andererseits, wenn du jetzt irgendwie die Endreißigerinnen siehst, die ihr erstes Kind kriegen, denkst du auch so, ganz naturgemäß ist es aber auch nicht. Naja. Oder? Erstmal Karriere und dann ein Kind? Ja. Ja, hochschrecklich. Naja, gut. Ach Mensch, da hast du jetzt aber auch eher total praktische Vorsichtsmaßnahmen. Ja, ich bin so ein bisschen praktisch veranlagt. Ja, merke ich schon. Ja. Ja. Aber, naja. Und gibt es denn so, sagen wir mal, so Situationen, wo du denkst, oh, da sollte man von vornherein vorsichtig sein? Na, es gibt schon viele Situationen. Also ich meine, so Standard, Weihnachten oder Familiengeburtstag oder Freundinnen besuchen? Naja, möglichst versuchen, keinen Stress zu machen, dass es kein Arja gibt, so was. Echt? Ja. Ja. Boah, ein bisschen Ärger kann ja so eine Familienfeier schon durchaus beleben, oder? Naja, ich, naja, ja. Also die, die ohne Ärger sind doch die, von denen man dann eigentlich nachher nichts zu erzählen hat. Ja, naja. Ja, naja. Naja, ich bin ja so ein bisschen peace-orientiert. Achso. Ja, ist klar. Ja, auch praktisch auch, nicht? Weil das ja doch angenehmer ist, das Leben, wenn man so in Freundschaft und so zusammen ist, irgendwie. Wie, auch so allgemein, ne? Allgemein als Vorsichtsmaßnahme auch schon mal freundlicher sein, damit man auch so allgemein mit seinen Menschen, mit seinen Mitmenschen ein bisschen besser auskommt. Das finde ich auch ganz in Ordnung. Komm ich ja wahrscheinlich gleich wieder wie ein Krieger rüber, wa? Naja, kann man nicht machen. Emma, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, nichts zu danken. Gut, dann machst du wieder Schnipsel seit demnächst? Ähm, übernächste Woche irgendwie. Ach so, so lange noch, ja? Ja, ja, ist noch ein bisschen hin. Ich weiß nicht, so 21. oder irgendwas. Naja, okay. Okay. Ja, war nett mit dir zu quatschen. Okay. Okay, ciao. Bis dann. Tschüss. So, das war Emma. Hier kommt nochmal Wladimir Wysotsky im Dialog mit seinem Fernseher. Ich zeige, wie viele Chubbler und ich bin. А голос, как у алкашей А тот похож, нет, правда, Вань На Шурина такая же пьянь Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь Я правда, Вань Послушай, Зин, не трогай Шурина Какой не есть, а он родня Сама намазана прокурена Гляди, дождешься у меня А чем болтать, взяла бы, Зин В антрах сгонял в магазин Что не пойдешь, ну я один Подвинься, Зин Ой, Вань, гляди, какие карлики В жерси одеты, не вшивьет На нашей пятой швейной фабрике Такое вряд ли кто пошьет А у тебя, ей-богу, Вань Ну все, друзья, такая рвань И пьют всегда в такую рань Такую дрянь Мои друзья хоть не в баллоне Зато не тащат из семьи А гадость пьют из экономии Хоть поутру, да на свои А у тебя самой-то, Зин Приятель был с завода шин Так тот вообще хлебал бензин Ты вспомни, Зин Ой, Вань, гляди-кась Попугайчики Нет, я ей-богу закричу А это кто в короткой маечке Я, Вань, такую же хочу В конце квартала, правда, Вань Ты мне такую же сваргань Ну что, отстань, опять отстань Обидно, Вань Уж ты, Зин, лучше помолчала бы Накрылась премия в квартал Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да? Я же их читал К тому же и эту майку, Зин Тебе на пельпель позор один Тебе шитья пойдет, Аршин Где деньги, Зин? Ой, Вань, умру от акробатиков Смотри, как вертится нахал Завцех наш, товарищ Сатиков Недавно в клубе так скакал А ты придешь домой, Иван Поедший сразу на диван Или вон кричишь, когда не пьян Ты что, Иван? Ты, Зин, на грубость нарвайся Все, Зин, обидеть нарвишь Тут за день так накуркаешься Придешь домой, там ты сидишь Ну и меня, конечно, Зин Все время тянет в магазин А там, друзья, и я же Зин Не пью один Владимир Сотски Am 12. April 79 In Toronto Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter Dann 0331 Supportstamm 731 39 32 Wenn Fritz in Hellersdorf Dann 102,6 Fritz Info Ле Ветта Nachts, ah nee, um 23.34 Nachts ist es überwiegend Wolkig, aber trocken Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad Morgen ist es heiter Bis wolkig Bei Höchstwerten um 17 Grad Und jetzt die Meldungen Mit Gerald Kötter-Heinrich Bayern München ist im Viertelfinale Aus der Champions League ausgeschieden Im Rückspiel gegen Chelsea London Gewannen die Bayern zwar 3 zu 2 Das Hinspiel hatte Chelsea jedoch 4 zu 2 gewonnen Das zweite Viertelfinale Zwischen dem AC und Inter Mailand Ist von Schiedsrichter Markus Merck Abgebrochen worden Interfans hatten Feuerwerkskörper Und andere Gegenstände auf Spielfeld geworfen Und dabei den Torwart Vom AC Mailand verletzt Bundeskanzler Schröder hat Maßnahmen gegen Lohndumping angekündigt Die Regierung werde das Gesetz Für tarifliche Mindestlöhne am Bau Behutsam auf andere Branchen ausweiten Sagte Schröder in Krefeld Ausländische Arbeiter müssten in Deutschland Zu gleichen Lohnbedingungen arbeiten Wie ihre deutschen Kollegen Zudem müsse der Kampf gegen Schwarzarbeit Verschärft werden Mit dem in Berlin geplanten Werteunterricht Wird sich morgen der Bundestag beschäftigen Die CDU-CSU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt Der parlamentarische Geschäftsführer der Union Röttger Bezeichnete das Vorhaben als aggressiven Akt gegen die Religion Der Beschluss des SPD-Landesparteitages Hat auch in der Bundes-SPD Empörung ausgelöst Er sieht vor, dass Schüler am künftigen Werteunterricht Auch dann teilnehmen müssen Wenn sie den freiwilligen Religionsunterricht besuchen Ein Spezialkommando der Polizei Hat am Abend die Geiselnahme im westfälischen Ennepetal beendet Die Beamten konnten den Täter überwältigen Und die vier Schulkinder befreien Am Mittag hatte ein Iraner die Mädchen Im Alter zwischen 11 und 16 Jahren In seine Gewalt gebracht Der Verkehr Fritz, keine aktuellen Meldungen Gute Fahrt Ihr hört sie Ihr müllt sie Dann wählt sie Fritz Ihr bestimmt sie Und wählt eure Lieblingssongs In die 20 plus 1 Eure Fritz Charts Letzten Sonntag auf der 3 Sag mir, wein, du kommst das Auf der 2 Und auf der 1 Lass die Finger von dem Manuela Lass die Finger von dem Manuela Änderungsvorschläge Fritz.de 20 plus 1 Eure Fritz Charts Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr Und im Radio Fritz Bevor der Bundesadler Bundesadler wurde Ging er seiner Frau auf die Nerven Und sie war fast täglich drauf und dran Ihn aus dem Haus zu werfen Er war schon länger depressiv Hing meistens nur faul rum Und wenn er etwas sagte, sagte er Ich bring mich um Sie lächelte ihn an Aber er fand alles scheiße Und wenn er seinen Rappel kriegte Fing er an zu kreisen Flieger, Adler, flieg Und er flog ja klar Aber keiner wusste Was für ein kaputter Typ das war Bevor der Bundesadler Bundesadler wurde War er völlig unmotiviert Seine Frau kam von der Jagd Und fragte sich Ob ihn überhaupt was interessiert Sie wollte Sex Er sagte erst Die Muschi rasieren Sie sah ihn an und schrie Du bist ja krank im Gehirn Kein Vogel hat ne Muschi Das weißt du ganz genau Hau ab, wenn du auf solche Tiere stehst Perverse Sau Flieg, Adler, flieg Und er flog ja klar Aber keiner wusste Was für ein kaputter Typ das war Dann flog die Frau zum Förster Es hatte keinen Zweck Der Förster sagte ja Der faule Sack muss weg Er fing den Adler ein Hat ihn nach Bonn gebracht Da haben sie ihn aufgehängt Und festgemacht Jetzt hängt er in Berlin Es geht ihm wunderbar Aber haben sie gewusst Was das für einer war Flieger, Adler, flieg Und er flog ja klar Aber keiner wusste Was für ein kaputter Typ das war Flieger, Adler, flieg Und er flog ja klar Aber keiner wusste Was für ein kaputter Typ das war Der Bundesadler von Fanny's neuer CD Nebelmaschine Achtet, schätze ich an dem ja auch So, dass der dann immer Aufklärerisch tätig ist Und die Vorgeschichte von so Sachen Erzählt, die man kennt Wo man aber auch nicht so genau wies Wo sie herkommen So, was machen wir hier heute? Wir telefonieren da rum Das ist die Sendung Das ist der Sound Created by Fritz Am Morgen, am Abend Bei Tag und in der Nacht Habt ihr ein Telefon hier? Sprichtung Postkutsche Mit Captain Kirk Kuttner Und sprich bitte ins Mikrofon Thema sind Vorsichtsmaßnahmen Und ich würde euch empfehlen Bevor ihr hier die Nummer anruft Wartet Ich rufe die Weißtelefonzentrale an Drüben an der alten Eiche Hängt ein Telefon Geduldet euch Gleich kommt Hilfe 0331 für Potsdam 70 97 110 Wäre eine sehr gute Vorsichtsmaßnahme Sich vorher gedanken zu machen Euch da zur Gelegenheit Will ich gerne geben Wir hören uns nämlich als erst mal Den Zusammenschnitt Der letzten Vor drei Wochen Stattgefunden Habenden Sendung Durch David An Ihr wisst ja Er schneidet die Sendung Über Mini Beispiel Zack Zack Und dann kommt So was raus Und danach geht es dann weiter Zum Thema Vorsichtsmaßnahmen Und ich bin der guten Hoffnung Dass dann der ein oder andere Anrufer Dabei ist Der sich dann wirklich Gedanken gemacht hat Der asoziale Start In die Zukunft 18. Teil Hallo mein Name ist David Ich bin 32 Jahre alt Und habe es noch nicht sehr weit gebracht In meinem Leben Das ist aber nicht so schlimm Denn immerhin kenne ich Kuttner Ein feiner Mensch sage ich euch Das zeigt sich immer wieder Neulich erst Als er mich davon überzeugt hat Besser meinen Job bei Karstadt An der Kasse zu schmeißen Um mit ihm gemeinsam Einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft Entgegen zu blicken Was allerdings stilecht Von obligatorischen Verhaltensstandards Begleitet sein will Also verabredeten wir uns Spontan mit Bernd Göke In einer Kneipe Namens Pipapo In Schöneberg Tranken Bier Und aßen Oliven Als Jürgen auf einmal Anfing zu lispeln Was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat Der Übermfrüchte lag Und wir redeten so unbeholfen Über dies und das Bis Bernd irgendwann aufs Klo ging Während Jürgen und ich Den Laden ohne zu bezahlen Verließen Um in den nächsten zu gehen Und zwar ins Wirtschaftswunder In der Yorkstraße Wo ein bemerkenswerter Männerüberschuss herrschte Es ist schlecht Wenn Männer mal ausgeschlossen Sich fühlen Ich finde es gut Naja, dann dürftest du ja auch nicht hier sein Und ich auch nicht Vielleicht bin ich ein Stück weit ohne Frau Genau Achso, wer weiß Vielleicht bist du aber auch Sogar noch ein Stück weit 16 Bin ich auch Dann dürftest du hier gar nicht rein Mensch, 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 Mensch Ja Ich wieder voller juter Absichten Werd hier gleich wieder komplett Runter, dem drunter gezogen Demotiviert Dass ich jetzt schon fast denke Boah, dann gehe ich eben nach Hause Lad dir hier bis zur Halskrause Frauen ein Ja, ja Mensch, Meier Mach doch, was du willst Bleib jeweils hier Immerhin ist die Musik nämlich gut Ja Wirst du, worüber ich gerne mit dir reden würde? Was denn? Über Politik Ja, mach doch, wenn du willst Achso, was soll ich denn da sagen? Keine Ahnung, du wolltest dich über Politik unterhalten Achso, das weiß ich doch Bei sowas fragt man immer erstmal nach der politischen Meinung des anderen Mach doch mal Wie ist denn deine politische Meinung? Sehr gut, kann nicht klagen, danke Mann Nee, es war ernsthaft, sag ich nicht Mann, ist doch nicht verboten, politische Meinung zu äußern Ist mir schon klar Ich will ja nicht wissen, was du wählst Weiß ich auch selber nicht Würdest du dir manchmal vorstellen, linksradikal zu sein? Was? Linksradikal? Du musst mal so vorstellen Ach, Blödsinn, linksradikal kannst du doch gar nicht wählen Achso So mittel, so praktisch so lau warm, so ich weiß nicht genau Eher so FDP Ja, bin ich schwul oder was? Du bist lesbisch Ja, schon eher Wann hast du rausgekriegt, dass du lesbisch bist? Ungefähr mit 15, als ich so einen Film mit Bo Derek gesehen habe Ach Gott Na und was bist du denn überhaupt? Was ich bin? Ja Ja, ich bin ein Mann Ach und das meinst du jetzt so unbedingt betonen zu müssen, ja? Nö, eigentlich nicht Hast du aber gerade echt gemacht? Ach, jetzt komm ich mir wieder abgrundtief schlecht macho-mäßig vor Ja, jetzt übertreibt man dich gleich wieder, aber Feminist bist du nicht gerade Ähm, naja, Feminist muss sein Genau so sieht's nämlich einfach mal aus So, aber wir müssen erst mal herauskriegen, ob du jetzt hochrechtsradikal bist Ach, weißt du, ich könnte auch rechtsradikal sein? Na aber, volle Pulle Aber sag mal, rechtsradikal und lesbisch ist ja wohl ein bisschen problematisch, oder? Ach, findest du lesbisch noch irgendwie problematisch? Ich meine, von welchen Lesben musst du denn schon behaupten können, dass sie rechtsradikal sind? Kann doch jeder Quatsch kann man nicht Dass sie nur ein bisschen rechtsradikal sind Lesbentum und Rechtsradikalismus schließen einander ungefähr so aus wie Anstand und eine Karriere im Großkapitalbereich Das heißt Genitalbereich Ach, du bist ja völlig sexualitätsfixiert Quatsch Natürlich Guck, jetzt suchen wir mal hier noch eine Partnerin, finde ich Der asoziale Staat in die Zukunft Nächste Woche, nächste Zeit Wobei es schon eine gute Frage war, ob Lesben rechtsradikal sein können Inzwischen verwundert mich ja ja nichts mehr Nachdem der kleine Amok-Indianer, der da Zehn seiner Schulkumpels Indianer aus dem Reservat Dass der da Nazi war Irgendwie seltsam Auf der Bühne bin ich ja sowieso nett Doch ich bin auch sonst normal Es gibt Leute, die finden das spießig Mir ist sowas aber egal Und weil ich immer so friedlich bin Brauch ich zum Ausgleich ein bisschen Krieg Und deshalb höre ich privat am liebsten Menschenverachtende Untergrundmusik Menschenverachtende Untergrundmusik Das brauch ich für die Nerven Sonst halte ich das einfach nicht aus Diese ganzen sozialen Spannungen Vor allem die außer Haus Dieses ganze schlecht gelaunte Pack hat mir so oft den Tag verdorben Die gucken alle meisten so Als sei ein Naher Verwandter gestorben Doch so viele können gar nicht tot sein Die haben also andere Gründe Ich stell sie aber nicht zur Rede Weil ich Aggressionen scheiße finde Und weil ich immer so friedlich bin Brauch ich zum Ausgleich ein bisschen Krieg Und deshalb höre ich privat am liebsten Menschenverachtende Untergrundmusik Menschenverachtende Untergrundmusik Jeden Tag ein halbes Stündchen Voll brutal und ultra obszön Jeden Tag ein halbes Stündchen Und dann kann ich wieder unter Menschen gehen Ich habe einen schallisolierten Raum Das ist mein Hobbykeller Und die Musik wird die letzten Jahre Immer härter und immer schneller Ich brülle selbst auch schon mal mit Ich brülle auch ins Telefon Ich wähle einfach eine Nummer Vielleicht kennen sie mich schon Dann bitte ich sie um Entschuldigung Es war nicht persönlich gemeint Aber wenn ich richtig böse bin Ist die ganze Welt mein Feind Und weil ich immer so friedlich bin Brauch ich zum Ausgleich ein bisschen Krieg Und deshalb höre ich privat am liebsten Menschenverachtende Untergrundmusik Menschenverachtende Untergrundmusik So Kinder wir machen jetzt mal einen telefonischen Schnelldurchlauf Jeder kann mal so Thema ist Vorsichtsmaßnahmen Die man trifft Situationen Die Vorsichtsmaßnahmen nötig machen Welche Vorsichtsmaßnahmen trifft man da Das hier ist die Telefonnummer Ich rufe die Weintelefonzentrale an Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon Geduldet euch Gleich kommt Hesel 0331 für Potsdam 70 97 110 So jetzt hat jeder quasi so 2-3 Sätze Vorsichtsmaßnahmen Hallo Hallo ich bin es wieder Stefanie Hallo Stefanie Ich habe eine gute Vorsichtsmaßnahme Und zwar bei der U-Bahn nicht zu nah an den Gleisen lang gehen Weil man kann nie wissen ob da ein durchgeknallter ankommt Der einen dann auf die Gleise schubst Super So nächster Schnelldurchlauf Vorsichtsmaßnahmen Ja Ja habe ich jetzt nicht gefragt Ich habe gesagt schnell Na gut Hallo Schnelldurchlauf Vorsichtsmaßnahmen Töten Hallo Als Schutz Vorsichtsmaßnahme Genau Da bräuchte man eine Feinball Besonders bei Äppels Da die Würmer kommen So schnell kannst du ja nicht gucken Super Hallo Hallo Ja Guten Abend Guten Abend Du bist jetzt hier im Schnelldurchlauf Wie landet der jetzt ruckzuck Ach so Ja Ja Heidi hier Ja da können wir nicht so lange Selbst wenn Heidi da ist Können wir jetzt nicht so lange quatschen Sondern quasi man hat so eine Minute Zeit Eine halbe Eine 20 Sekunden Zeit Schnell mal eine Vorsichtsmaßnahme Zu nennen Garderobeständer vor die Tür stellen Mit so einem Bambusklimperding Warum? Ja so als Alarmanlage Ach so super Ja Okay vielen Dank So hier Schnelldurchlauf Na gut machen wir hier weiter Hallo Schnelldurchlauf Ihr müsst mal ein bisschen beschleunigen Hier den Schnelldurchlauf Erstmal Nazis kastrieren Oder ihr eine Rolle Klopapier schenken Damit sich die braune Scheiße abwischen können Ach ja Menschen Hat sich's kastrieren Jetzt siebt nicht so oft Die wisst ihr ja nicht wo Hallo Hi guten Abend Ich bin Steffen Ja Steffen Schnelldurchlauf Ja ich hätte was zum Beispiel Vorausschauendes Laufen Auf Wiesen oder Bürgersteigen Wegen der Rundescheiße Die überall rumliegt Vorausschauend Laufen Genau Super Idee Ach merkst du wie mit der Musik Wird so dunkel Alles viel schneller Hallo Hier Schnelldurchlauf Vorsichtsmaßnahme Ach wie Genau Hallo Vorsichtsmaßnahme im Schnelldurchlauf Schnelldurchlauf Vorsichtsmaßnahme Ja alle unter 16 Wie bitte Alle unter 16 Jährigen auf dem Fritz Index Super Idee Hallo Ja hallo Ich bin total dafür Dass man sich alles aufschreiben muss Wenn man Super Hallo Schnelldurchlauf Da kann man nur ganz kurz Schnell Hi Hallo Hallo Mensch sag mal Aber an mir liegt es nicht Schnelldurchlauf Hallo Hallo Ein Konto Ein Konto Ja hatten wir schon Ah Hallo Ja Marco Ich möchte auch schnell Beim Schnelldurchlauf mitmachen Ja du bist ja schon drin Achso Du sollst jetzt deine Vorsichtsmaßnahme nennen Das ist eben ein Schnelldurchlauf Da jetzt eigentlich Wirklich relativ schnell Okay ähm Dann formen sie auf dem Brot essen Super Idee Neue Vorsichtsmaßnahmen Im Schnelldurchlauf Hi Kotti Ja Sie in der Rekanfausbildung Immer kranzbereit Auf die Straße laufen Falls man überfallen wird Mit hellem Fahrrad fahren Sobald das Haus verlässt Die Jalousie noch runterlassen Und gut abschließt Doch wenn man nur kurz Zur Mülltonne geht Das war's Hallo Nachrichten gucken Aha Ah kicken wir ihn an Können wir jetzt nicht klären warum Hallo Ja dafür sorgen Dass keiner Konfuzius jetzt grüßt Hallo Na klingt doch gut Hallo Hier eine Vorsichtsmaßnahme Im Schnelldurchlauf Ein Kondom Zwei Kondome Super Hier noch eine Vorsichtsmaßnahme Im Schnelldurchlauf Ich bin Pause Nicht vergessen Feuer Hier noch eine Maßnahme Schnelldurchlauf Schnelldurchlauf Ja hallo Drei Kondome Hallo 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 Hi Steffen nochmal hier Vorsichtsmaßnahme im Schnelldurchlauf Keine Störungen beim Fußball gucken Aha Vorsichtsmaßnahme Ja wie denn Keine Störungen will man haben Aber wie Welche Vorsichtsmaßnahmen Ergreift man da Hallo hier noch eine Vorsichtsmaßnahme Im Schnelldurchlauf Also ich mach es mal ganz schnell Ähm Ähm Wie war denn das Hallo 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 Kussi Ja Hey Mensch Wir sind hier immer mal im Schnelldurchlauf Wie jetzt schon Immer noch Wieso denn immer noch Ich habe leider keinen Radioabend von daher Achso Mh Musst du später nochmal versuchen Hallo hier Vorsichtsmaßnahme im Schnelldurchlauf Hier noch eine Ja hallo Würze wirkungsvoll verhütende Melitta Filtertüt Na super Hallo Ja hi Auf jeden Fall nicht nach Forst ziehen Auch eine spitze Idee Hallo Hier Kondome Hallo Schneller als du aufwägen Ich und ich Sind richtig Ich und ich Sind rassig Ich und ich Sind richtig Reinrassige Rastas Aus Rosenheim Und wir in Rage Cause we are pressed We are pressed By the system But don't fall out The system Try to ban me Drink of wisdom The system say Kein beer For fear Just say no The system say No drink and drive No fat No sugar No cholesterol The system say Erfüll Haben sie getrunken In Little Kannst mal ihren Führerschein sehen No But I and I Tell the system Where rather There's oppression There's resistance Write down We righteous Bavarian Rastafarian Out of Rosenheim Have no dealing With you Yeah I and I say Fuck the system Fuck Liberate Liberate me beer Garten Liberate me Liberate me Liberate me Liberate me Cholesterol Me sauerkraut Me pretzel Me sausage Because Me love me sausage And me sausage Love me But me love Even more Is imperial majesty The king of kings The lord of lords The conquering lion Of Neuschwanstein He's the knight König Ludwig The righteous king Tell Bavarians All over the world To come home He said Come home to Zion Worship the lion Of Bavaria Sing an agrarian aria For the beloved motherland Cause No matter where you are You're Bavarian If you in Pienemunde You're a Bavarian If you in Kastro-Brauxel You're a Bavarian If you in Baden-Baden You're a Bavarian And if you in Berlin You're a Bavarian The true So If you drink And drive And hate Persisting But if you love To drink The brew Of wisdom Then no matter Where you and you be You're a righteous Bavarian Agrarian Barbarian You're a Bavarian Just like Just like Come home to Zion Worship the lion Of Bavaria Sing an agrarian aria For the beloved motherland Peace Das waren nochmal Fön Fön Ist relativ einfach Weil dann wieder Wahrscheinlich Fragen gibt Ansonsten mal bei www.traumton.de Nachschauen www.traumton.de Fön Wir haben Zeit Heißt die CD Da war dieses Dieser Song Bavarian Rastafarian Drauf Da ist auch diese www.dreischrippen.de Drauf So Jetzt machen wir weiter hier Ganz gemächlich Ganz gemächlich Versuchen wir hier noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen zu Erörtern Wartet Ich rufe die Waldtelefonzentrale an Drüben an der alten Eiche Hängt ein Telefon Geduldet euch Gleich kommt Hilfe 0331 für Potsdam 70 97 110 Hallo, hallo Jo Hier ist der Paul Wer? Paul Ja, Paul Richtig Ja, Tag Paul Hallo Hast du schon mitgekriegt Worum die Sendung sich dreht heute Ja, die Sendung geht um Vorsichtsmaßnahmen Genau Ich habe ohne Ich schicke die Vorsichtsmaßnahmen erstmal laute Musik drunter legen Das macht die Sendung irgendwie relevant und schneller und dramatischer und druckvoller So, Paul Ja Ja Auf welche Situation bezieht sich denn deine Vorsichtsmaßnahme? Also meine Vorsichtsmaßnahme bezieht sich auf die Situation dass man in den Bergen ist und da ist das Wetter nicht so optimal Ist man doch aber nie in den Bergen und gerade bei unoptimalem Wetter nicht Habe ich doch eben erklärt wenn ich Urlaub mache dann sitze ich auf dem Balkon Ja, 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 ja Also das ist jetzt eine Vorsichtsmaßnahme die man dann aber überhaupt nicht braucht Doch, doch, doch und da braucht man dann eine Schneebrille wenn man da unglücklicherweise in den Schneesturm reinkommt Ach Quatsch da braucht man eine Plastetüte dass man schnell wieder runterrutschen kann den Berg Die Plastetüte wäre dann das Hightech-Zelt Das was? Das Hightech-Zelt Ach Quatsch eine Plastetüte unter den Arsch und dann runterrutschen Nee, nee, nee Also Snowboarder mäßig das macht dann aber eben hoch eine Penny-Tüte Nein, nein, nein Natürlich und die Augen zu und dann sparst dir auch die Schneebrille Nein, nein, nein das ist zu lebensmüde Das ist ja nicht zu lebensmüde Das ist lebensmüde überhaupt Von woher rufst du an? Von woher rufst du überhaupt an? Ich rufe aus Berlin-Buch an Naja, siehste da bist du doch eher ein Flachländer Ja, ja Und da sind aber Berge da kann man sagen Okay, fahr hin und wieder mal in die Mückelberge So, das reicht Nee, 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 nee Oh, immer diese Abenteuerspezialisten Ja, na genau Das ist doch schrecklich Das ist doch hassenswert Hallo? Ja, ist hassenswert Hab ich gesagt? Hassenswert Was? Hassenswert Nee, 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 nee Doch, 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 doch Der völlig kommerzialisierte Mainstream Der ist hassenswert Nee, na und du bist die Avantgarde des Mainstreams Die kommen alle hinterher Soll keiner sagen Ich fahr nur in Natur in unberührte Natur Dann bist du nur der Erste der die Trampelfahrt macht Du bist nicht besser als die Anderen Im Grunde sind die Anderen besser Ja Das sind die Erstbegeher Und das ist was Ja, ich mach eine schöne Stadtwanderung Ja, das macht aber jeder dämliche Tour Das ist ja das Ding Eine Stadtwanderung Ja Naja, darum macht die Wann hast du die das letzte Mal gemacht? Durch Berlin Eine lange Stadtwanderung Eine vierstündige Stadtwanderung Hast du überhaupt eine eindliche Macht in deinem Leben? Siehste Ist der Tourik keine Ausrede für Musst du selber machen Schön mit richtig mit isotonischen Getränken im Rucksack Wanderstiefel und so Nordic Walking gegen Stinger eine schöne Schneebrille auf und dann durch mal hier in Berlin mal spaziert Ja, ja Hast du auch jede Menge Erlebnis? Also meine Machst nicht unschuldige Natur kaputt Unberührte Ja, ja, ja Wieso denn? Und dann immer hinter die Steine pinkeln und der Griss Schnee den Schneegelb machen Ja, ja, nein, 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 nein Ja, natürlich Wann heißt es nein, 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 nein? Du kannst mir doch nicht erzählen dass du jetzt da irgendwie mit Pampers in die Berge steigst Nein, natürlich nicht Na siehste Und schön Papiertaschentücher wegschmeißen und die Plastefolie von den Tütensuppen Nein, nein, nein Natürlich Genau so läuft es doch Ich kenne doch meine Pappenheimer Natürlich Ganz schrecklich Nein, das gehört auch nicht zur Tracking-Logistik Nein, das Problem ist einfach Tourismus ist das Verbrechen Es gibt keinen guten und keinen bösen Tourismus keinen sanften und keinen harten sondern Es gibt nur Tourismus Tourismus ist Kapitalismus Tourismus ist Imperialismus Tourismus muss bekämpft werden Wer weiter wegfährt als er laufen kann soll überhaupt nicht wegfahren Diesbezüglich kann ich auch ziemlich gut mitsprechen denn ich habe letztens im Leistungskurs Sport einen Vortrag über Sport und Ökologie gehalten Ja und? Was nützt der Natur wenn du Vorträge über Ökologie hältst überhaupt gar nicht Die krepiert Die Amazonaswälder werden weiter abgeholzt und junge ehrgeizte Berliner stapfen durch den Bergschnee und treten den flach Doch, 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 doch Doch, nur um zu Hause schön auf die Kacke hauen zu können und anzuheben dass sie wieder 3000 Meter über dem Meeresspiegel waren Ist nicht schön? Ne, ich gehe da lang wo man normalerweise wirklich einen Weg hat Also es gab jetzt mal bei meiner letzten Tour in Polen mal eine heiklige Situation Ach und dann ein paar Polen weil die Natur da billiger ist, oder? Wenn, dann fahren die Schweiz dann sollst du wenigstens richtig bezahlen dafür, finde ich Polen Ja, darum geht's da ja nicht Ich hab nur gesagt Polen, weil es billiger ist Auch, aber Ja, nicht auch Nicht auch Deswegen Ansonsten könntest du ja auch in die Schweiz fahren Nur da ist es zu teuer Nein, nein, nein Nicht nur deswegen Natürlich deswegen Na, außerdem ist es da noch schön Aber in der Schweiz ist es auch schön Ja, ich war aber noch nicht in der Schweiz Siehst du, weil dir da zu teuer ist Ganz kurz, ganz kurz Weil dir da zu teuer ist Und darum wird das arme billige Polen in die Flache treten Ei, ei, ei Nee, nee, nee Natürlich Von Berliner Gymnasiasten die mehr Taschengeld im Monat haben Als ein Anständiger Stahlarbeiter Ey, ey, hallo Das ist doch schrecklich, oder? Ich wohne in Buch Das sagt er schon Äh Buch, Buch, Buch Hab ich auch zu Hause ein Buch Nein Das sind ja mehrere Buch Ach echt? Buch Da wäre ich jetzt irgendwie Überhaupt ja nicht drauf gekommen Ja, was heißt denn Was sagt denn das Buch? Buch ist Nobelfiertel Ja, ja Wenn du jetzt sagst Du rufst aus Lichtenberg an Direkt Bahnhofs näher Dann hätte ich Mitleid Aber ein Buch doch nicht Ein Buch ist überhaupt nicht Ist nichts los Und deswegen Naja, ist nichts los, Alter Mach doch was Können sich hier Dann tapeziert er den Partykeller Und kuf ein bisschen Kohle ein Und stell Stell Red Bull Und misch Red Bull mit Wodka Und schon ist was los Und alle eine Schneebrille auf Und ihr werdet viel Spaß haben Im Keller Und noch ein Feuerlöscher dabei Und dann sieht es aus Wie auf den polnischen Bergen Ja, ja Alles klar Ja Na ja, siehst du Man muss sich was einfallen lassen Und sich immer die Fremdländische Natur verschandeln Aber Warte mal Nee, nee, nee Das ist der Punkt Ich Denke über eine Tour nach Organisiere die richtig Ja, schrecklich Ich sehe das alles schön aus Ja, und Und Die Tour gemacht Naja, und Die Tourismusfaschisten Denken auch über eine Tour nach Und denken die sich richtig schön aus Und bauen richtig schöne Betonhotels an Küsten Denkst du, das geht ohne Überlegung Ja, ich mache das aber sehr umweltschonend Ja, machen die ja auch Die recyceln ja dann das Wasser auch Ja, ich mache das aber noch intelligenter Naja Doch Wie denn? Woran merkt man die spezifische Intelligenz Deiner touristischen Unternehmungen? Die spezifische Intelligenz meiner touristischen Unternehmungen Merkt man daran, dass ich alles hinten drin habe In meinem Rucksack, aber wirklich alles Und das alles nehme ich auch zu 99% wieder mit nach Hause Ja, tut mir aber leid, das kann mich aber nicht beeindrucken Doch Das kann mich nicht beeindrucken Ja, mich kann es nicht beeindrucken Ja, dich vielleicht Naja, aber darüber kann ich ja nur sprechen Was mich beeindruckt Ja 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 So sieht das aus So sieht das aus Wie der Kollege Hagenhorn sagt Wenn danke ich dir erstmal für deinen schrecklichen Anruf Ja Mann, 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 Mann Oh, 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 oh Überall Tourismusfaschisten Ist das schrecklich Das Schreckliche ist ja zur Zeit auch Dass ich hier vor meinem Bucherhaus rumlaufe in der Dunkelheit Bin eigentlich gerade beim Abwaschen Aber wollte unbedingt mal anrufen Und platte hier draußen immer meine Kreise, weil ich drin kein Netz habe Das ist bitter Und dann wird man noch so runtergemacht, oder? Naja Und der Abwasch bleibt liegen Ist das eine ungerechte Welt Ja, also der sollte heute dann noch zu Ende gemacht werden Bloß sind noch größere Probleme Ja Dass ich morgen Grundkurs Englischklausur schreibe Ja, super Hab aber bloß maximal vier Stunden Zeit zum Schlafen Weil ich ja bis zu Ende höre Oh Und ein weiterer Punkt ist ja auch noch Dass ich dafür überhaupt noch nichts gemacht habe Wirklich gar nichts gemacht habe Naja, dann musst du jetzt doch nicht mehr anfangen Und ein noch üblerer Punkt ist ja Dass diese Klausur dann noch zu einem Drittel in die Bewertung mit eingeht Der Note Sag mal, du willst mir jetzt hier deine Probleme überhelfen Ich hab doch selber genug Probleme Ich möchte doch jetzt nicht deine Probleme hören Was denkst du, wie im Beutel ich unter meinen Problemen schon laufe Und jetzt lädst du mir deine Probleme noch auf Soll ich denn komplett zusammenbrechen? Ach, ihr Beladen in dieser Welt Werft alle Lasten auf mich Unter dieser Telefonnummer hier Oh Ich breche gleich zusammen Arbeite 0331 für Potsdam 70 97 1 1 0 So, ich danke dir für deinen Anruf Und würde sagen, jetzt aber mal husch hoch und den Abwasch fertig gemacht Ja, ja, okay Okay, tschüss Ciao Gwendoline Kucharski An dich denke ich jetzt Damals hat dich keiner auf 14 geschätzt Du warst noch ein Mädchen und ich war noch kein Mann Und wenn der Beat Abend vorbei war Hielt der Zug nach nirgendwo an Und ich schnitzte in die Schulbank Deine Initialen Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen Das war die Liebe Das war die Liebe Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen Die Schule war zu Ende Wir sahen uns im Bus Es war ein Tag im Winter grau und kalt Ich stand, du hast gesessen Da traf sich unser Blick Du hattest deinen Apollook Das war damals schick Es dauerte noch Wochen Da hab ich mich getraut Der Frühling war schon da ein weicher Wind Es war vom Plattenladen Da hab ich dich gesehen Ich frag, wie findest du T-Rex Und ich sagte, okay Gwendoline Kucharski An dich denke ich jetzt Damals hat dich keiner auf 14 geschätzt Du hast noch ein Mädchen Und ich war noch kein Mann Und wenn der Beatabend vorbei war Hielt der Zug nach nirgendwo an Und ich schnitzte in die Schulbank Deine Initialen Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen Das war die Liebe Das war die Liebe Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen Wir trafen uns auch Abend Und waren ungestört Du hattest ganz schön liberale Eltern Dann seid ihr fortgeschrieben Unser höchstens zwei, drei Jahre Und auf dem letzten Foto Hast du schon ganz andere Haare Gwendoline Kucharski Wie ging die Melodie? Es war doch unser Lied Ich dachte, das vergesse ich nie Gwendoline Kucharski Wie spielten Memory? Du warst gut in Mathe Ich in Philosophie Und ich schnitzte in die Bäume Deine Initialen Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen Das war die Liebe Das war die Liebe Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen Das war die Liebe in Nordrhein-Westfalen Ja, wir reden über Vorsichtsmaßnahmen Die man vor sich Also die man eben so ergreifen sollte In spezifischen Situationen Was bisher so zusammengekommen ist Ist jetzt noch nicht so wirklich erkenntnisstiftend Dass man eher Kondome nehmen sollte Dass man zum Zahnarzt ziehen sollte Dass man lieber einen Fahrradhelm trägt Dass man seine Telefonnummer nicht weggeben Dass man ein Haus abschließen Vielleicht sollte ich doch zu Spreeradio gehen Oder so einen 50-plus-Sender Wo man dann so Ja, man sollte seinen Rollstuhl lieber immer anschließen Der wird ja so Heute wird ja sowas von geklaut Und der ist ja doch weit wert Wenn jetzt jemand vielleicht doch noch etwas Zielgruppenspezifischere Vorschläge hätte Welche Vorsichtsmaßnahmen Eben sowas Wie, dass man eine Herrentoilette Nicht mit offenen Schnürsenkeln betreten sollte Wer sowas hat Der sollte hier anrufen Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon Geduldet euch Gleich kommt Hilfe 0331 für Potsdam 70 97 110 Ja, tut mir leid Dass der mir am qualifiziertesten erscheinende Vorschlag Dann ungünstigerweise auch Von mir kommt Aber einer muss ja So eine Vorschläge machen Hallo Hallo, hier ist Nina Hallo Nina Ja, hallo Na, na, du klingst ja gleich fetzig heiter Ja, ich bin auch richtig gut drauf heute Na, das ist ja super Ne, ich bin nämlich vorhin Bin ich im Auto gefahren Und hab eine kleine Erkenntnis gehabt Die sogar irgendwie mit Vorsichtsmaßnahmen zu tun hat Aha Und zwar Hab ich dir sogar dir zu verdanken Schau mal eine an Und zwar ist es eine Vorsichtsmaßnahme gegen Vergreisung Was ja eigentlich auch ziemlich wichtig ist, finde ich Stimmt Genau Ja Und zwar hab ich mich erinnert Das ist so eine kleine Anekdote aus meinem Leben Vor allem die Frühverkreisung Davor muss man achten Ja, ja Ja, ja Und zwar, da liest du damals noch im Fernsehen auf dem OAB, ne? Aha, ja Und meine Schwester fand dich ja immer ganz toll Und dann haben wir damals immer da gesessen Und dich geguckt und gehört Ja Und da hattest du einmal eine Sendung mit dem Thema Eides Kolumbus Aha Und da hast du gleichzeitig die Geschichte erzählt Und unten lief der Text Also nicht der gleiche Text Ja Sondern anderer Und du hast darauf hingewiesen, wie schwierig es ist, wenn man gleichzeitig was liest und was hört Ja Und das hat mich irgendwie so inspiriert, dass ich jetzt immer mir eine kleine Herausforderung suche Gleichzeitig was zu hören und zu lesen Und versuchen, das beides gleichzeitig gut aufzunehmen Und funktioniert's? Ähm, ich glaube, mittlerweile bin ich gar nicht so schlecht Bin ja schon trainiert seit, Gott, wie lange ist das her? Zehn Jahre? Ja, weiß nicht, oder acht oder sowas Ja, genau Aber auch schon ziemlich lange, finde ich Ach, schau mal einer an Ja Und seitdem trainierst du hören und lesen? Genau Gleichzeitig Ja Und das hast du, hast dein Radio an und liest gleichzeitig was Ähm, zum Beispiel Was liest du denn jetzt gerade? Ähm, ich hab mir gestern vor der HU so ein Buch von Virginia Wolf geholt Ja Und, ähm, bin aber noch mit dem, ähm, Glasperlenspiel noch nicht zu Ende Haha, heu, heu, heu Ja, ist ein Brocken Mensch, da greifst du aber auch gleich hoch mit dem Glasperlenspiel, oder? Ja, 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 aber es ist mitunter das Letzte, was ich jetzt von Hester lese Das Letzte? Die anderen Sachen hast du alle schon? Ja, ich denke, größtenteils habe ich alles schon hinter mir Achso, was machst du denn an der Uni? Studierst du? Ähm, naja, ähm, ja, eigentlich schon Ähm, ich bin eigentlich gerade dabei wieder was anderes anzufangen, mal sehen Achso Also noch schwank ich Was hast du denn eigentlich studiert und was würdest du denn jetzt an der anderen anfangen? Ähm, ich hab Japanologie angefangen Pfff Ja, nee, also das ist auch so eine Leidenschaft von mir Ähm, aber das gefiel mir dort an der Uni nicht so gut Und jetzt überlege ich, ob ich ab Herbst Bekleidungsgestaltung mache An der FATW Aha Ja Ist aber noch irgendwie was deutlich anderes als Japanologie Auf jeden Fall ist es, ja Und jetzt hat ja Japanologie an der Uni nicht gefallen oder Japanologie nicht gefallen? Nee, nee, an der Uni nicht Achso Also für mich ist Japan schon das, das Land, was, also mein Traumland, da würde ich alt werden Echt? Mhm Und kannst du japanisch? Ja, ich mach das auch schon seit dem Weichen Echt? Mhm Du könntest dich jetzt richtig mit einem Japaner unterhalten, wenn er auf der Straße steht? Ähm, ja, ich bin ein bisschen aus der Übung, aber so grob Unterhaltung ist, glaube ich, kein Problem mehr Nicht schlecht Ja, und eine andere Maß, äh, Vorsicht, Maßnahme ist mir übrigens auch noch, um aufs Thema zurückzukommen Ja Ähm, eingefallen, vorhin, ähm, habe ich nämlich noch Abendbrot gegessen Mhm Und da habe ich auch, ähm, ist mir eingefallen, eine gute Vorsichtsmaßnahme ist es auch immer Das Messer vorher abzulenken, bevor man in den Honig oder in die Marmelade das Messer wieder rein tunkt Aber das ist doch gerade eine Vorsichtsmaßnahme, dass man das Messer nicht ablecken soll, wenn man sich möglicherweise die Zunge abschneidet, wenn man nur noch so Ja, man muss dabei schon vorsichtig sein, weil dann manchmal gibt es ja immer so eine kleine, äh, Margarineschlieren oder so, so Frischkäseschlieren Ja, aber andererseits kommen natürlich mit einem abgeleckten Messer auch Keime in die Marmelade drin Aha Dass sie dann früher schimmelt Aber das sieht man ja nicht Von daher soll man ja zum Beispiel, wenn man die Würzgurken, soll man ja immer nicht mit einer, mit einer angeleckten Gabel rausholen Ach so Ja, sondern immer mit einer frischen Gabel und dann schnell das Glas wieder zumachen, dann halten die sich länger Ach so, gut, dann Das ist aber eben auch mit einem angeleckten Messer und der Marmelade der Fall Stimmt, eigentlich, ja Also dann lieber ein neues Messer nehmen Naja, aber dann hast du auch schon wieder den ganzen Abwasch Den ganzen Abwasch, das stimmt Aber das ist natürlich besser als verschüppelte Marmelade Ja, naja, Marmelade Ja, wobei, wenn man die schnell genug isst Ja, genau Also ich musste zu meinem Leidwesen feststellen, dass auch Marmelade schimmelt Die braucht vielleicht ein bisschen länger als andere Sachen Das ist mir auch schon mal passiert, leider Ja Nina, na dann danke ich dir doch sehr für deinen Anruf Ja, ähm, war noch eine Frage noch Ja? Hast du heute irgendwie einen Fanny van Dunn-Abend, weil du so viele Lieder spielst? Ach, nur so halb und halb, weil der hat doch gerade Konzerte gehabt am Sonntag und Montag Ja, ja, war ja leider ausverkauft Und dann warst du total ausverkauft und dann dachte ich, dann spiele ich hier ein paar Sachen Von denen, die er gesungen hat oder von ein paar von den Sachen, die nicht auf irgendeiner CD zu finden sind Ach so, da war eben ja Gwendoline Kucharski Gwendoline Kucharski ist auf einer CD Das ist ein superschönes Lied Ja Und hat mich so an früher erinnert Und, ähm, wollte fragen vielleicht, ähm, weil mein Lieblingslied von Fanny van Dunn ist immer noch Carinas Lied Ist zwar total traurig, aber wenn du spielen magst, dann würde ich mich total freuen Ich muss mal schauen, ich habe jetzt nicht alle Fanny-CDs dabei Weißt du, welcher das ist? Ähm, also, ähm, ich weiß nicht, ist es die Basic oder nicht? Bin mir nicht sicher Ah, 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 warte mal, Info 3 habe ich hier, da ist es nicht drauf Das ist irgendwie die 3 oder 4 auf irgendeiner CD gewesen Club-Songs Ah, 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 oh, die Basics habe ich gerade nicht dabei Ja, na gut Ja, kann man nichts machen Gut, okay Ach doch, Basics habe ich dabei, aber wo ist denn Carinas Lied? Steht hier nicht? Heißt das Carinas Lied? Nee Ja, das heißt Carinas Lied, das mit dem, mit dem Herbst und dem Tanzen und Nee, ist nicht auf der Basics Nee, dann, dann ist es nur Anruf Na gut Na gut, kann man nichts machen Ja Okay, vielen Dank für deinen Anruf Kein Problem, schönen Abend noch Tschüss, dir auch Dann hören wir jetzt erstmal auch einen Song, der meines Wissens auf Kinder-CD ist Äh, den mobilen Raketenwaschsalon von Fanny van Danden und dann jetzt weiter hier zum Thema Vorsichtsmaßnahmen Das war eine Vorsichtsmaßnahme, die mich dann beeindruckt hat Gegen Frühverkreisung immer schön üben, gleichzeitig lesen und hören Ich glaube, es ist ja doch Ich habe eine Marktlücke entdeckt Aber ich weiß nicht, ob ich es schon sagen soll Denn wenn mir jemand die Idee wegschnappt, das wäre ja nicht so toll Nicht so toll Aber mir hören ja nur gute Menschen zu Zu denen kann ich's ja sagen Ich denke, das geht schon, also ich baue gerade den ersten mobilen Raketenwaschsalon Den ersten mobilen Raketenwaschsalon Denn Raketen werden auch schmutzig Genau wie alle anderen Fahrlossymbole Dann müssen sie gewaschen werden Dann müssen sie gewaschen werden Und dann stillen die Soldaten Schon wieder Raketenwaschen Man kommt ja gar nicht mehr zum Kämpfen Das ist nicht gut für die Moral Und deshalb sagt der General Ruft doch mal diesen Deutschen an Ihr wisst schon Der mit dem ersten mobilen Raketenwaschsalon Der mit dem ersten mobilen Raketenwaschsalon Und so ziehe ich von Land zu Land Ich komme ganz schön rum Ich halte die Raketen sauber Und werde gut bezahlt dafür Der kleine Mann von der Straße Schaut mir neidvoll hinterher Denn er hat immer weniger Geld in der Tasche Und leider keine tolle Idee Denn er ist nicht genial Das kommt davon Er denkt hau ab Mit einem verschissenen ersten mobilen Raketenwaschsalon Mit einem mobilen Raketenwaschsalon Wenn es aber Krieg gibt Freut auch er sich Über die sauberen Raketen Die Feinberg fliegen Natürlich ärgert er sich Auch über die genauso sauberen Raketen des Feindes Ich habe mich dann aber schon längst In einem warmen, neutralen Land zur Ruhe gesetzt Ich liege glücklich und verliebt Auf einer wunderbaren Cheselon Und lausche romantischen Songs Denn ich habe das Patent auf dem mobilen Raketenwaschsalon Auf dem mobilen Raketenwaschsalon Auf dem mobilen Raketenwaschsalon Und dann kommt die E-Gitarre da sofort Und dann kommt die E-Gitarre da Das war aber nächstes Mal Aber dazu ungünstigerweise im Moment gerade nicht Ach, so ein Ärger Ja, verstehe ich Ja, oh, das Leben ist so bitter, oder? Man, 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 man Ach, was hättest du beitragen können, oder? Zumal du ja so gedankenvoll, so voller Gedanken bist Ja, unglaublich Ja, okay, das war schon mal ein schönes Gespräch Hallo Ja, hier ist ja Olli nochmal Mir ist noch was wichtiges eingefallen Na, was denn? Naja, wenn man so aus dem zehnten Stock eines Hochhauses springt Sollte man unbedingt einen Sturz zentragen Hm, hm, hm Meinst du, der hilft? Der hilft Auf jeden Fall Hast du das schon mal gemacht? Ja Nee, nee, mach mal und dann erzähl hinterher Okay Okay Hallo Hallo Marco hier Ja, Marco Hallo, ähm Ich meine, man sollte immer ein Taschentuch dabei haben Na siehst du, das ist doch mal eine reelle Vorsichtsmaßnahme Und immer saubere Schlüpfe an, falls man mal überfahren wird, ins Krankenhaus kommt Dann ist doch peinlich, oder? Ja, wenn dann eine schöne Sag mal, du bist aber auch ein bisschen irgendwie, also Oma-mäßig eingestellt, oder? Kann man das so sagen? Nee, eher Opa Immer ein Taschentuch Eher Opa, immer ein Taschentuch Ja, von wem hast du gelernt, von deinem Opa? Nee, hab ich mir selber beigebracht Hast du dir selber beigebracht? Ja Wieso? Gab's dann schon so Situationen, wo du im Nachhinein bedauert hast, kein Taschentuch dabei gehabt zu haben? Ja, wenn ich jetzt sowieso mal auf der Straße war und ein schönes Mädchen angelegt habe und der mir die Nase gelaufen ist Du lächelst mit laufender Nase schöne Mädchen an? Na eben, erst hab ich angelächelt, dann hat es auf einmal mit der Nase gelaufen Ja, da hat man doch gleich einen schönen Ansatzpunkt zu fragen, ey, hast du mal ein Taschentuch? Ey, wie heißt du, wie ist deine Telefonnummer? Wollen wir uns morgen wieder sehen? Also insofern ist ja eigentlich besser, kein Taschentuch dabei zu haben Ja, aber wenn... Ja, ansonsten schaut mal Mädchen an, schnaubt und dann ist es over Ja, aber wenn ich jetzt das Mädchen fragen würde, ob ich ein Taschentuch habe, dann kann ich sagen, na klar Ja, aber warum sollen die dich fragen, wenn dir die Nase läuft? Ja, die kann ja auch ihre Nase laufen Du schaust Mädchen an, denen die Nase läuft? Mein Lieber, weil hier jetzt aber auch drunter und drüber, oder? Da hast du dir jetzt aber auch so genaue Gedanken dann doch wieder nicht gemacht Trotzdem, der Hinweis, immer ein Taschentuch dabei, mir schon einleuchten will Ich weiß eben nur nicht genau, warum Ja, also... Aber du auch nicht Ja, doch, doch, eigentlich schon Also es gibt ja mehrere Gründe Zum Beispiel also... Ja, zum Beispiel, wenn da ein schönes Mädchen steht und mir gerade die Nase läuft Ja Oder wenn ich mich gerade bei der Deutschen Bank als Vorstandsvorsitzender bewerbe und mir da die Nase läuft Ja Ja, dann ist es schon praktisch, man hat ein Taschentuch dabei Sonst geht der schöne, mit 600.000 Euro im Jahr dotierte Job geht dann flöten, nur weil man am Taschentuch gespart hat Genau Genau Genau, so sieht das aus Ja Ja, super, ich danke dir für den Anruf Ja, tschüss Tschüss Mein lieber Scholli Halbautomatischer Anrufbeantworter Stand 0331 für Potsdam 731 39 32 So, lieber Freund, liebe Freundin Na, aber... Ah, doch, lieber Freund Na, aber... Ja, ach, warum ruf dir nicht mal lieber die Freundin an Die hat keine Lust mehr Ja, ne, nicht deine Ist mir klar, Mensch Hast du denn überhaupt ne Freundin? Natürlich Was heißt denn natürlich? Ja, natürlich Hast du mal ein Taschentuch in der Tasche gehabt, oder was? Äh, ja Echt? War hilfreich, ja Habt ihr euch mit laufender Nase kennengelernt? Ne, ja Mann, die jungen Menschen heutzutage sind ja echt so lässig drauf Wie bitte? Ähm, immer Zucker dabei haben Wofür? Na, falls man mal einen Unterzuckerten Diabetiker findet Na Oder immer Kleingeld dabei haben, falls man mal telefonieren will Naja, wenn denn lieber immer Großgeld dabei haben Ja Oder? Aus Großgeld kann man ja mal Kleingeld machen, machen wir aus Kleingeld Großgeld Das ist ja sowieso die eigentliche Kunst Die sowieso keiner beherrscht Wie, aus Kleingeld Großgeld machen? Ja, mach mal Dann mach mal aus, mach mal aus 2 Euro 1000 Das ist die Kunst, aber aus 1000 Euro 2 Euro ist keine Kunst Mach ich dir 500 mal 2 Euro Mit, mit nem... Locker aus dem Handgelenk heraus Naja, mach das mal Ja, ist doch kein... Schickst du mir die vorbei? Ne Wieso denn? Naja, schick du mir die 1000 Euro, dann schick ich dir die 5 mal 2 500 mal 2 Naja, dann ist ja gut Ja, ja, ja Naja, dann würd ich mal wieder mal Dank heucheln Jut Ja? Okay, tschüss So, was macht denn eigentlich dieser Kapjelski? Das ist doch so ein feiner Mensch Was macht der denn? Na, singen tut er unter Umständen Und unter anderem Und auch ohne Umstände singt er Umstandslos Gesamtlage 05 Und heute Abend Hab ich Kopfweh Wenn du sagst Komm doch her Ja Ich hab Migräne Ich hab Migräne Weil ich mich sehne Ich will geliebt sein Ja, ich will mehr Ich will geliebt sein Ich will mehr Ich will mehr Alles, alles Alles, was zählt Aber ohne dich leben Jetzt ist es zu spät Wahnsinn Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt Lässt du meine Seele erfrieren Das ist Wahnsinn Du spielst mit meinen Gefühlen Und mein Stolz Es ist längst Lässt du mich hotel Eiskalt Lässt du meine Seele erfrieren Das ist Wahnsinn Du spielst mit meinen Gefühlen Jetzt kommt der Schürze. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt, ich will nur dich. Geh doch, ich sage dir, geh doch, unser Schweigen allein kann die Antwort nicht sein, versteh doch. Fragen, gibt es auch tausend Fragen, ich weiß nur irgendwie muss ich das Unglück ertragen. Geh doch, ich sage dir, geh doch, unser Schweigen allein kann die Antwort nicht sein, versteh doch. Fragen, gibt es auch tausend Fragen, aber wenn noch ein Funken von Hoffnung besteht, dann bleib doch. Thomas Kavjelski. Die, für mich der ernsthafteste und traurigste Song diesen Jahres, erschienen kann man nicht sagen, so ein Mini-CD. Bericht zur Gesamtlage, das will mir doch wohl ein treffender Titel erscheinen. Wenn Fritz in Eisenhütten statt, dann 101,5. Fritz Info. 0.32 Uhr, das Wetter, nachts ist es überwiegend wolkig, aber trocken, die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad. Morgen ist es heiter bis wolkig, bei Höchstwerten um 17 Grad und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Die DNA-Analyse bei Straftätern soll ausgeweitet werden. Darauf sollen sich die Experten der rot-grünen Koalition geeinigt haben, berichtet der Tagesspiegel. Danach soll nun auch an Wiederholungstätern von weniger schweren Straftaten der genetische Fingerabdruck genommen werden können. Bisher galt das nur für Sexualtäter und Verdächtige von erheblichen Straftaten. Bundeskanzler Schröder hat Maßnahmen gegen Lohndumping angekündigt. Die Regierung werde das Gesetz für tarifliche Mindestlöhne am Bau behutsam auf andere Branchen ausweiten, sagte Schröder in Krefeld. Ausländische Arbeiter müssen in Deutschland zu gleichen Lohnbedingungen arbeiten wie ihre deutschen Kollegen. Zudem müsse der Kampf gegen Schwarzarbeit verschärft werden. Mit dem in Berlin geplanten Werteunterricht wird sich heute der Bundestag beschäftigen. Die CDU-CSU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Röttger, bezeichnete das Vorhaben als aggressiven Akt gegen die Religion. Der Beschluss des SPD-Landesparteitages sieht vor, dass Schüler am künftigen Werteunterricht auch dann teilnehmen müssen, wenn sie den freiwilligen Religionsunterricht besuchen. Der FC Bayern München ist im Viertelfinale aus der Champions League ausgeschieden. Im Rückspiel gegen Chelsea London gewannen die Bayern zwar 3 zu 2, das Hinspiel hatte Chelsea jedoch 4 zu 2 gewonnen. Das zweite Viertelfinale zwischen dem AC und Inter Mailand ist von Schiedsrichter Markus Merck beim Stand von 1 zu 0 für AC Mailand abgebrochen worden. Inter-Fans hatten Feuerwerkskörper und andere Gegenstände aufs Spielfeld geworfen und dabei den Torwart vom AC Mailand verletzt. Der Verkehr auf Fritz. Keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Die exklusiven Fritz-Radio-Konzerte gehen weiter. Kommenden Sonntag ab 20 Uhr. Radio an. Hallo, hier sind Judith Holofernes und Polaroi von der Musikgruppe. Wir sind Helm. Wir haben ja noch ein Goodbye euch. Und wir stehen natürlich zu unseren Versprechen. Deswegen hiermit sei angekündigt. Wir spielen am Sonntag im Fritz-Club im Postbahnhof. Und im Radio. Drei Susi. Fritz. Bring your own pencil, Billy. I'm tired of you. No, I don't understand it. I told you a million times to buy your own tools. Man, it's just a dollar. I will not borrow you anything no more. No pencil, no sheet of paper, no rubber. I will not support guys like you who spend their money on beers and other drugs. Or even silly P-books. Get your stuff together and don't look at me like that. Let's read a book. 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 I gonna get my A grade. 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 Let's read a book. Let's read a book. I gonna get my A grade. I gonna get my A grade. I gonna get my A grade. Let's read a book. Let's read a book. We get along with the teachers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Chemischer Giftanschlag, Chanel Nummer 5. Ja, hallo Kuttner. Ich rufe wegen Emma an, wegen ihrer Nase. Ich habe auch so ein Problem und wollte ihr den Dr. Harald Züge empfehlen. Die Nummer ist 8013047. Ja, und da wollte ich noch sagen, dass es wirklich sehr merkwürdige Frauen bei dir anrufen. Da muss ich mich manchmal sehr wundern. Und spiel doch mal wieder das schöne Lied, wenn es geht. Danke. Danke. Kuttner, ich wollte eigentlich nur noch mal zeigen, wie sich eine so eine Katze schnurrt. Ist das nicht super? Aber ja, und noch eine bessere Parole, ne? In diesem Sinne, Fickheil. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zur Zeit nicht erreichbar. Sagen Sie mal, ist das Ihr eigenes Ruderboot? Naja, der Förster meiner früheren Hupenputzer, deren Tapetensammlung gehörte meinem alten Keksfahrer, dessen Hausstand nach Norden von Womart bei Schäffen kam, deren gemeinsamer Mathelehrer wollte das Boot mal kaufen. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Und im Radio? Ey, das Pels ist schon. Alle reden über Renten, über Zukunft sich herum. Aber ich will heute leben, denn heute bin ich jung. Alle reden nur von Krise und sie schauen so traurig drein. Wer will das denn? Verdammt noch mal, ich will lustig sein. Ich will den Himmel auf Erden. Ich will nicht länger warten. Ich will ein Bierzelt, ein Bierzelt mit Livemusik im Garten. Was helfen Analysen? Was helfen Studien? Und all die Kommissionen? Na, na, wem hilft das denn? Gutachter und Experten, ihr seid jetzt bitte mal still. Ich weiß auch ohne Auftrag ganz genau, was ich will. Ich will den Himmel auf Erden. Ich will nicht länger warten. Ich will ein Bierzelt, ein Bierzelt mit Livemusik im Garten. Irgendwann ist auch mal genug. Irgendwann ist alles gesagt. Irgendwann sind die Zweifel müde und die Fragen sind nicht mehr gefragt. Und Konjunktur, das ist ein Wort, das ich nicht mehr hören kann. Ich sag dir, was der Aufschwung fängt bei jedem persönlich an. So ist nun mal unser System. Das ist gar nicht kompliziert. Je mehr wir alle haben wollen, desto mehr wird produziert. Ich will den Himmel auf Erden. Ich will nicht länger warten. Ich will ein Bierzelt, ein Bierzelt mit Livemusik im Garten. Ich will den Himmel auf Erden. Ich will nicht länger warten. Ich will ein Bierzelt, ein Bierzelt mit Livemusik im Garten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 3, 1, 39, 32. Ah, will ja wieder kein Ende nehmen, die Sendung. Hallo? Hier schon, hallo? Ah, ha, 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 hallo? Das Degskin auch nur Würstchen. Oh Mann, nee, hallo? Ähm, bist du satt vom vielen Essen und darfst das Kacken nicht vergessen? Oh, spitze Idee. Hallo? Hallo? Elvis Lee! Ja, super, hallo? So, dann kommt jetzt. Zu spät. Dann kommt jetzt Wladimir Sotsky mit Kupola. Ptiцы вещие поют До всей сказок. Ptiца силен Мне радасно скалится. Веселит, Зазывает Из гнезд. А напротив Тоскует Печалится Травит душу Чудной Алконост Словно семь Заветных струн Зазвенели В свой черед Эта птица Эта птица Гамаюн Надежду Подает В синим небе Колокольнями Проколотом Медный колокол Медный колокол Толь Толь Возрадовался Толь Осерчал Купола В России Кроют Чистым Золотом Чтобы Чаще Господь Замечал Я стою Как Перед Вечною Загадкою Пред Великою Да Сказочной Страною Перец Солона Да Горько Кисло Сладкою Голубою Родниковою Ржаною Грязью Чавкая Жирной Торжавою Вязнут Лошади Постремена Но Влекут Меня Сонной Державою Что Разгисло Опухло От Сна Словно Семь Заветных Лун На пути Моем Встает То Мне Птица Гамаюн Надежду Подает Душу Душу Сбитую Утратами Да Дратами Душу Стертую Перекатами Если До крови Лоскут Истончал Золотую Золотыми Я Заплатами Чтобы Чаще Господь Замечал Что Чаще Господь Замечал Лавина Орган Душу 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 Благодарю Душу До новых Душу Народ Душу Das Mäcken sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehem. Das Mäcken sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehem. Das Mäcken sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehem. Das Mäcken sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehem. Das Mäcken sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehem. Das Mäcken sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehem. Das Mäcken sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehem. Das Mäcken sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehem. Das Mäcken sprach 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 von Ehem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020